Ich lösche sie nicht, ich backupe sie, denn das sind die von der Challenge. Und hier sind wir in Toon Raider 5. So, Toon Raider 5 habe ich in einem anderen Buch. Deine Frage. Was war deine Frage? Ich sehe jetzt erstmal keine Frage tatsächlich. Aber vielleicht war die vorher. Ah, ja. Also genau, Toon Raider 5, was wir jetzt sehen, schließt direkt an TR4 an. Das ist direkt danach. Das Intro. Das sind ihre Eltern. Ein trauriger Tag, Winston. Sie wird für immer in unseren Herzen weiterleben. Sicher, Winston. Aber das hier ist hier nur eine Gedenkfeier, kein Begräbnis. Vielleicht kann von Koi uns was Neues aus Ägypten berichten. Stimmt. Wir können nur hoffen und beten, dass sie doch noch zu uns zurückkehrt. Aber ich fürchte von Kois Hoffnung, sie durch seine Grabung noch lebend bergen zu können, werden bald von der traurigen Wahrheit zunichte gemacht werden. In der Core Design Timeline sind die Eltern nie verstorben. Man weiß nichts über sie. Das mit den toten Eltern und so weiter, das brachte dann erst Crystal Dynamics später ins Spiel. Gehen wir ins Arbeitszimmer, meine Herren, um über die entmutigenden Ereignisse des Tages zu sinnieren. Ja, mein Freund. Sogar der Himmel weint. Ah, der Stein der Philosophen. Eine von Laras frühesten Eroberungen. Und eine ihrer schwersten Expeditionen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Rom ist immer noch herbe gezeichnet von diesem kleinen Abstecher. Tja, Diplomatie war nie ihre Stärke. Aber Lara wusste dafür genau, wie man sich prächtig amüsiert. Hallo, Goldmädchen. Du siehst ja heute wieder aus wie gemalt. Ah, der charmante Mr. Larsen. Habt ihr dich von alleine gelassen? Apropos, wo steckt denn unser gebildeter Freund? Oh, der steckt irgendwo. Hast du das Geld? Klar hab ich das Geld, aber ich mache meine Geschäfte nicht mit Handlangern. Charmant wie eine wahre Lady. Auch nicht, wenn der Handlanger den Merkurstein hat. Du hast Glück, ich bin heute besonders großzügig. Ah, die Kellerassel kommt rausgekrabbelt. Keine Grund unhöflich zu sein, Miss Croft. Ich fürchte nur, ich muss ihnen wieder mal ihre Last abnehmen. Wie gewonnen, so zerrungen. Dsch. Willst du noch eine Schelle, komm her. Es ist erst vorbei, wenn die dicke Dame gesungen hat. Na, wildes kleines Rodeo-Baby. Da passen wir nicht durch, Boss. Tun wir doch. Tun wir nicht. Tun wir doch. Was hab ich gesagt? Du scheiß Noob. Mon Dieu. Danke, Tierney. Zählt AOD nicht theoretisch auch zu den Classics? Das kommt wirklich, das ist wohl Definitionssache. Wenn ich von den Classics spreche, dann meine ich die ersten fünf Tomb Raider, die direkt hintereinander released worden sind für die Playstation 1. Zu AOD gibt es dann ja einen ziemlichen Stilbruch auf der einen Seite, einen technischen Bruch auf der anderen und auch einen großen zeitlichen Abstand. Ich werde jetzt eine Zeit lang nicht in Ruhe reden können, denn ein Secret ist im Tutorial-Bereich. Um auf diese Kiste zu klettern, stell dich neben sie und drücke erst vorwärts, dann Aktion. Okay, Lara, dankeschön. Für diesen kurzen Sprung gehst du bis zur Kante, du drückst dann vorwärts und sprung gleichzeitig. Versuchen wir mal einen weiteren Sprung. Gehe bis zur Kante, drücke einmal kurz zurück und dann vorwärts und sprung gleichzeitig. Jetzt der große Sprung. Gehe bis zur Kante, drücke kurz zurück und dann vorwärts und sprung gleichzeitig. Mitten in der Luft drückst du die Aktionstaste und hältst sie gedrückt, um dich an der Kante festzuklammern. Zum Schwimmen spring ins Wasser. Für die Affenschaukel brauchst du nur gerade hochzuklettern. Dann drückst du die Aktionstaste und hältst sie gedrückt. Dann drückst du noch vorwärts. Um auf die Kiste zu kommen, drücken sie die auf die Kiste kommen-Taste. Ich meine, ich mag, dass dieses Tutorial... Damit ich diese Wand hochklettere, stelle ich mich direkt daneben und du drückst vorwärts und sprung gleichzeitig. Ich... Halte die Aktionstaste weiter gedrückt und drücke vorwärts, um die Wand drauf zu klettern. Um Hocken zu überwinden, drücke einfach die entsprechende Richtungstaste. Damit ich krieche, musst du die Taste Hocken gedrückt halten und vorwärts drücken. Ich mag, dass dieses Tutorial so direkt in das Gameplay eingebaut ist. Eingebunden ist praktisch. Ich vermisse aber sehr das Croft-Mana. Ich verstehe, dass es... Um einen Hebel oder Schalter zu benutzen, stell dich neben den Schalter und drücke die Aktionstaste. Du könntest Lara auch muten. So mächtig bin ich nicht. Ist aber nicht schlimm. Das Tutorial geht nicht lang. Zum Schwimmen spring ins Wasser. Zum Schwimmen spring ins Wasser. Benutze die Aktionstaste zum Schwimmen und die Richtungstasten zum Lenken. Ich vermisse aber das Croft-Mana. Ich verstehe, dass sie das nicht einbringen konnten. Zum Klaus-Klenner, schwimm ans Ufer und drücke die Aktionstaste. In diesem Teil schalten die Secrets in Form von goldenen Rosen, die man sammelt, etwa drei pro Level mit Ausnahmen. Auf dem Seil zu balancieren, gehe auf das Seil und drücke die Aktionstaste und drücke dann vorwärts. Wenn du beginnst, die Balance zu verlieren, drücke zum Ausbalancieren die entgegengesetzte Richtungstaste. Meistens liegt da auch Munition oder irgendwas dabei, aber im Großen und Ganzen ist Item-Management in diesem Spiel weitaus unwichtiger als in den Vorgängern. Weil das ganze Inventar sowieso dauernd resettet wird, was ein bisschen schade ist. Ähm. Es ist dafür aber auch irgendwie kurzweiliger. Fehler, die man macht, haben keine langen Konsequenzen, die einen über zehn Level hinweg verfolgen. No, das freut mich, Cheeky-Joon. Hallo, ich bin Lara im Quantenzustand. Ob ich tot oder lebendig durch meinen Menschenhüpfer hängt davon ab, ob du mich dabei beobachtest oder nicht. Ähm. Und von der generellen Struktur her ist dieses Spiel so aufgebaut, dass, äh, ich meine, das haben wir gerade gesehen, ihre trauernden Freunde treffen sich da und erzählen sich Geschichten von den alten Zeiten und diese alten Zeiten spielen wir hier. Also das ist ein Rom-Abenteuer, das lange vor Lara vermeintlichem Tod äh, stattgefunden haben soll. So. Rise of Legends, ich wünsche dir einen guten Abend und heiße dich herzlich willkommen zum Larathon 2024. Wir sind mittlerweile beim letzten Spiel angekommen. Und das deutlich schneller als beim letzten Mal. Schade, dass Pierre und Lars nicht mit den anderen Freunden zusammensitzen. Das wäre witzig. Sind all ihre Freunde Männer? Das muss nicht sein, aber alle, die wir aus den Classics kennen, sind Männer. Alle Frauen, die Lara getroffen hat, das waren nicht viele und die hat sie auch alle abgemurkst. Ähm. Keine Ahnung, was das jetzt über Lara sagt. Vielleicht war es auch einfach Zufall. Aber abgemurkst werden ist nicht die beste Grundlage für eine Freundschaft. Es kann nur eine Frau geben. Laras Freunde, ein Priester, ein Butler. Wirst du beim nächsten Larathon die Remaster-Teile 1 bis 3 spielen? Also der Larathon ist ja geplant als Retro-Event letzten Endes. Ich will, äh, die Erinnerung an diese alten Spiele wieder aufleben lassen. Bei den Remaster-Teilen kann man die Grafik auf Original stellen. Wenn sie ansonsten relativ originalgetreu sind, würde ich die beim nächsten Larathon verwenden. Wenn nicht, dann würde ich bei den alten Spielen bleiben. So, wichtig, haben wir den Merkur-Stein. Ja. Ich meine aber, wir müssten noch ein Item haben, das mir gerade fehlt. Ist das vielleicht hier unten? Ich habe das Item nicht und würde jetzt erstmal verwirrt weiterspielen. Vielleicht kommt es noch. Ja, wenn der Unterschied allein in den 60 FPS besteht, bei originaler Grafik, dann würde ich die bevorzugen. Lara lebt die Polygamie, deshalb nur Männer. Ein Butler, ein Priester, sie lebt auch die Sünde. Ähm, dann geht es doch auch schneller. Äh, 60 FPS führen nicht dazu, dass das Spiel schneller läuft. Deshalb muss der auch regelmäßig eingefroren werden, Xeros, logisch. Denk doch mal nach. Ein Butler, ein Priester, ein Franzose, ein Cowboy, ein Skater. Genau so ist das. Du bist nur ein Rückweg. Ich denke, ich habe alles, was ich brauche und bin gerade recht happy. Ja, Tetsuya, bitte, sperr ihn wieder ein. Bitte. Schnell. Jeder Moment, in dem er eingefroren ist, ist ein Moment, den er nicht mitbekommt. Lara will ihn einfach nicht gehen lassen. Es gibt gerade keine coolen Butler auf dem Markt. Es regnet Mäuse. Mäuse. Mäuse, Mäuse, Flederlinge, Schmetter, Mäuse. Äh, Mäuse, Fledermäuse. Diese Gegner mochten sie in den letzten zwei Teilen sehr. immer mit dem grundlegenden Konzept, dass man leider nur weglaufen kann und trotzdem Schaden bekommt. Große Ratten. Große Ratten. Was? Idiot, Idiot. Was willst du, blöder Cowboy, mit dieser hirnlosen Ballerei erreichen, hä? Nix hirnlos. Wollen wir sie etwa nicht mehr umbringen, oder was? Du wurdest am Kopf getreten von einer Fährtrühe und seither hat dein Gehirn malerla tät, ja? Woher wissen sie davon? Egal, egal. Wir werden warten, bis sie die anderen Stücke geoltert. Auf diese Weise bekommen wir noch einen schönen Bonus. Gratis. Sie sind ein cleveres Kerlchen, Chef. Im direkten Vergleich auf jeden Fall. Komm, wir verschwinden von diesem Dach. Ich gebe dir einen Mischshake aus. GG Kyoto Käse. Doch, Lara. Ich bestehe darauf. Äh, das. No. Doch, doch. hoch. Dü-dü-dü-dü-dü. Wegen dem Quiz war ich so diese Woche auch so oft im Strimmen. Hast du im Strimmen viel über das Quiz gelernt? Schieben sie bitte mal. Danke. 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 Ich habe das Gegenteil im Strimmen gemacht. Nun, äh, was auch immer. Also, anscheinend hat es dir ja geholfen. Anscheinend hat es ja funktioniert. Ich bin dran. Die R algorithm ist mir nicht wichtig. Ich bin dran. Danke. Wie? Marco spielt also dieses Tomb Raider ist wohl neu Kommt erst nächste Woche neuer Teil raus, ja Übernächste Woche natürlich Halbe Chat jetzt so Nächste Woche, was hab ich verpasst? Panik Danke, Soldo Dass sie mich nicht gehen lassen wollten Hier ist Secret Nummer 2 des Levels Für das dritte müssen wir jetzt Bevor wir das Eigentliche Item sammeln Einmal durch das komplette Level zurück Was Es zu einem echt seltsamen Secret macht Das war's So, kurz gucken. Geheimnisse 3 von 3. Bin zufrieden. Der Montag ernährt sich unaufhaltsam. Also wirklich, Lara. Wir sind doch alle gute Freunde hier. Tut mir leid, Ma'am. Wenn du denn jetzt bitte deine Erbsenschleudern da weglegen würdest. Und jetzt bitte den zweiten Stein, Miss Croft. Komm doch her und hol ihn dir. Komm doch her und hol ihn dir. Ich bin mir einfach schon zu spät heute für solche Spielchen. Larsson, durchsuch sie. Gründlich. Also in diesem Job kriegt man wirklich die schönsten Aufgaben. Willst du nicht auch die Gesäßtaschen überprüfen? Larsson! Es langt! Aufhören! Ich habe genug von diesem kindischen Blödsinn. Den Stein, Miss Croft. Wenn du den hier in das Tor steckst, dann wirst du mehr bekommen, als du dir erhofft hast. Glaub mir. Ich! Ich stecke ihn rein! Das wäre dann so ziemlich das Dämlichste, was du in deinem Leben gemacht hast. Und das will schließlich was heißen. Ähm. Netter Versuch, Miss Croft. Wie immer. Etwas Geduld. Ich habe euch hier gewarnt. Was ist das? Was haben wir falsch gemacht? Mit eurer üblichen draufgängerischen Ignoranz habt ihr die nächste Torphase eingeleitet. Die nächste Torphase? Wenn ich mich recht entsinne, das Tor hat sich umgeschaltet. Und wenn es in den nächsten Augenblick nicht zwei Steine bekommt... Pfff. An deiner Stelle würde ich mir meinen Neandertaler da drüben schnappen und machen, dass ich fortkomme, so schnell die kleinen Beinchen mich tragen. Au revoir, mon cher. Au revoir, mon cher. So. Oh. Das hat es also mit der nächsten Torphase auf sich. Äh. Wir gönnen uns jetzt mal kurz diese Brechstange. In den wunderschönen Straßen von Rom. Alter Käse. Also nicht alter Käse, sondern alter Komma Käse. Das hört sich unpraktisch an. Vor allem, wenn es so völlig uneigen verschuldet ist. Das hört sich um, wenn es so völlig unklar ist. Baumkuchen und Kakao. Jöi. Ja, Jenny, das... Was heißt Panik? Guck mal, was bei Käse schiefgelaufen ist. Und was für ein stattlicher Käse aus ihm geworden ist. Das klingt jetzt auch übertrieben. Guck mal, was bei dem schiefgelaufen ist. So war das nicht gemeint. Und ich... Also... Lass uns außerhalb des Chats über die Möglichkeit reden. Aber erstmal, bei Käse war das eine... Eine... Extremsache, ja. Und zweiter Punkt. Das eine muss ja nicht mit dem anderen passieren. Wir schieben jetzt auf jeden Fall... Zahnräder nach oben. Wir bringen Zahnräder in Gang. Was habe ich verpasst? Wir haben Tomb Raider 5... 5? Ja. Tomb Raider 5 tatsächlich erreicht. Hast du so coole Funfacts zu Tomb Raider 5 wie gestern bei Tomb Raider 3? Ich hatte jetzt eigentlich die Tendenz erstmal Nein zu sagen, weil ich Tomb Raider 5 wirklich nicht so genau kenne. Aber ich habe coole Funfacts. Ich habe eben ja schon angedeutet, dass die Entwickler von Core Design nach Tomb Raider 4 eigentlich ausgebrannt hatten. Und gar keine wirkliche Lust auf dieses Spiel hatten. Und ähm... Core Design sie dazu gewisserweise... Äh... Der Publisher Eidos sie dazu gewisserweise gezwungen hat. Und... Das zeigt sich im Spiel zwar nicht so sehr, wie ich finde. Es ist trotzdem ein erstaunlich gutes Spiel geworden für die Umstände. Aber der Quellcode ist voll von Beleidigungen. Variablen, die wie, äh... Unflätige Körperteile heißen. Ähm... Und sonst was für Beleidigungen, die... Der Quellcode ist geleakt worden von Tomb Raider 5 vor einer Weile und... Ähm... Es ist absolut großartig, weil man permanent Kraftausdrücke und zwar wirklich ausschließlich Kraftausdrücke ließ. Schon die Quellcodes zu jetzt beispielsweise Tomb Raider 3 waren in den, äh... Hatten in den... Kommentaren... Äh... Also in den Comments des Codes... Manchmal Sachen, die man so jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit nicht zeigen würde. Aber Tomb Raider 5 besteht daraus. Kannst du mir kurz erklären, was ein Quellcode ist? Naja, ein Entwickler schreibt ein Programm. Äh... Das ist der Quellcode. Letzten Endes nur Text. Und der Compiler... Ich vereinfache hier stark. Macht daraus Maschinencode, den dann PC ausführt. Das heißt, im Grunde genommen ist... Der Quellcode sowas wie die Bauanleitung. Bauanleitung ist jetzt vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel. Compiler macht brrrr und dann kommt Spiel raus. Genau. Also der Quellcode ist praktisch die technische Grundlage dieses, dieses Programms. In einer für Menschen verständlichen, verständlichen, mal mehr, mal weniger Sprache geschrieben, die ein Compiler dann in Maschinencode umwandelt. Und dieser Quellcode ist üblicherweise nicht... Öffentlich. Dass du ein Programm hast, bedeutet nicht, dass du weißt, wie genau es zusammengebaut wurde, wie genau es entstanden ist. Dass du den Quellcode kennst. Aber in dem Fall von Tombaider 5 wurde der halt geleakt und... Äh... Er ist voll von Beleidigungen. Die mehr als nur suggerieren, dass die Menschen, die daran gearbeitet haben, zumindest in der Technik, sozusagen, echt keinen Bock mehr hatten. Ey, keine Ahnung, so ein Quellcode, das sind mehrere tausend Zeilen. Bei modernen Spielen hunderttausende bis Millionen, an denen viele verschiedene Menschen arbeiten. Und, äh, da kann das schon mal passieren, dass man seinem Frust, äh, in irgendeiner Form Ausdruck verleiht. In der Lyrischen. Ähm... Das kann dann schon ein Kommentar hinter einer Codezeile sein, wo... Plump übersetzt sowas steht, wie... Ähm... Damit sie dieses verkackte Item aufheben kann, oder so. Rekord kann sehr emotional werden. Aber in Tombaider 5, das ist ein Kunstwerk. Hinter Gitter am Anfang. Ah, okay. Da ist es ziemlich offensichtlich, dass die Marke gemolken wurde und der Entwickler selbst hatte im Grunde genommen keine Lust mehr drauf. Und ich finde, wenn man das im Hinterkopf behält, erstmal muss man verstehen, an einem Spiel arbeiten immer mehrere Menschen. Dass jetzt ein paar Entwickler offensichtlich sehr gefrustet waren, muss nicht heißen, dass das auch auf die Leute zutrifft, die sich diese Story ausgedacht haben, zum Beispiel. Oder auf den, der die Textur dieser Wand gemacht hat. Naja, doch, der hatte schon keinen Bock. Ähm, aber... Der eine hatte vermutlich wirklich keinen Bock. Ähm... Aber insgesamt finde ich mit Tombaider 5, da ist ein erstaunlich gutes Spiel draus geworden. Wenn man die Umstände bedenkt. Fuck you in particular. Ich werde dem Thema mal kurz eine Minute widmen. So bei der 5. Ich suche dieses Wort in particular. Ich versuche gerade, das wieder zu finden. Irgendwas, was das Ganze aufbereitet. Ja, nicht das, sondern... Wäre halt cooler. Ich habe darüber mal, jemand hat davon mal berichtet sogar, darüber hinaus, dass der Quellcode natürlich, dadurch, dass er geleakt ist, auch findbar wäre. Ich finde es gerade ein bisschen schade. Ich glaube, ich muss euch enttäuschen gerade. Oder, ähm... Denn so oft die Schnelle finde ich nicht, was ich eigentlich gerade gesucht habe. Ah, ich muss mal in der Pause gucken. Ähm... Vielleicht mit ein bisschen weniger. Die kommt halt... Oh, dankeschön! Ey... Und, sind da... Ja. Ähm... Okay. Das, was... Das, was Meistertyp Kitt gefunden hat, fasst das zusammen. Das, was Meistertyp Kitt gefunden hat. Und nach diesem... Nach dem Ersten, was er jetzt geschrieben hat... Danach habe ich gesucht. Ich hab nur tatsächlich das falsch geschrieben. Ja. Also, der Quellcode ist halt völlig aus dem Ruder gelaufen. Also, man soll dazu sagen, Kid hat sich gerade selbst gesprengt. Es wär aber voll nett, wenn du den Link nochmal posten könntest für die, die nicht, äh, die da nicht draufgeklickt haben und das doch sehen wollten. Dankeschön. Ähm, zitieren muss man's jetzt nicht unbedingt, aber man merkt, dass die keinen Bock haben. Die waren eben nicht im kompilierten Spiel drin. Der Quellcode wurde geliebt. Vom kompilierten Spiel aus, ähm, kommt man da zwar theoretisch auch dran, aber das ist schon ein bisschen schwieriger. Nur wenn es Virtual Functions... Das meine ich, wenn ich sage, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Kommentare hätte man sowieso nicht. Deshalb ist ja der League so wichtig. Ist der Laraton einmal im Jahr? Äh, ja. Erster Februar. Erster... Entschuldigung, vergiss das. Erster Samstag im Februar. Das ist das Datum für den Laraton. Und das halt jährlich. Ja, die hatten halt keinen Bock. Stell dir vor, du bist ausgebrannt, weil du mit letzter Kraft gefühlt und riesen Überstunden gerade so Tomb Raider 4 rausgehauen hast, weil du halt auch dachtest, das ist das Letzte. Also da geben wir uns richtig Mühe. Kommt raus, egal wo ihr steckt. Mist, diese Hinterhalter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Zumindest nicht, solange du daran beteiligt bist. Übung macht den Meister, schätze ich. Wenn du meinst... Und dann sowas. Naja, Karel, ich muss. Du schnappst dir kurz mal seinen Anteil von dem, was hinter diesem Tor steckt, was? Es sei denn, das hier ist ein reiner Freundschaftsbesuch. Du weißt doch, dass ich mich immer wieder freue, dein liebes Gesicht zu sehen, Lara. Aber noch schöner finde ich es jetzt, den letzten Stein zu sehen, wenn du ihn also bitte rüberreichen würdest. So war das nicht geplant. Äh, es ist durchaus noch möglich für mich, das zu überleben. Leicht wird es jetzt nicht gerade. Ich erwähnte was. Alter. Gefühlt wäre es vielleicht sogar besser gewesen, einfach zu laden, als ich den Schaden bekam. Ich war doch so lustig am Erzählen. Larsen bleibt leider einfach da stehen, deshalb können wir ihn nicht gut austricksen. Außer wenn doch. Holy shit. Bin stolz. Dafür hat es sich gelohnt. Für diese Extremsituationen liebe ich den Naraton. Larsen, hinter dir. Ich bin ja vielleicht blöd, aber nicht so blöd, zweimal drauf einzufallen. Nein, ehrlich, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ah, 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 ah. Hinter dir, hinter dir. Leider ist auch dieser Kampf noch Teil des Levels und der ist recht unangenehm. Aber dort macht der Schaden, den wir haben, keinen großen Unterschied. Es kommt mehr drauf an, auf den Schaden, den wir bekommen, um ehrlich zu sein. E killingst damit. Ah, ach so. Marco ist grün angelaufen Dieser Kampf kann sehr kurz oder sehr lang gehen und gefühlt hat man als Spieler nicht so wirklich Einfluss darauf Na rassen Herr Connor, danke für den Resub Das trifft mich gleich Was sich auf jeden Fall hier sehr lohnt ist möglichst doch ein bisschen näher ranzugehen So wie ich jetzt Weil man da noch häufiger trifft Schrotflinte wäre episch Haben wir leider nicht mehr Haben wir verbraucht Du hast recht, es gibt Munition Die Munition habe ich ganz vergessen Das größte Problem ist hier tatsächlich, dass Lara automatisch manchmal das Ziel zurück wechselt Und deshalb sobald man nur noch einen Kopf hat Oder zumindest nur noch zwei Ist der Kampf ziemlich schnell vorbei Ah, wir haben es geschafft Man kann tatsächlich auch direkt wenn Pierre, wenn Larsen auf einen schießt Hier hin rennen und die Sachen einfach einsetzen Man skippt den Kampf dann komplett Aber dafür braucht man letzten Endes Medipacks So Level 2 und wir haben alle Secrets, ne? Genau, 3 von 3 Willkommen Level Nummer 3 So, jetzt wird aus dem Bett geguckt Bis Kran-Karl, bis Kran-Karl tot ist Wir sind fast da Kran-Karl ist fast tot Wir kriegen Kran-Karl wahrscheinlich sogar noch heute hin Muss vorsichtig sein mit Predictions, aber ich gehe davon aus Er meint den Typen der den Kran bedient im Level Die Basis Also im nächsten Level Also im nächsten Level Wie, kein Kopfsprung Das passiert mir nicht nochmal Direkt beim Level betreten Sich umzulegen Auch Lara sagt No dazu Ja, Price the Sub ist ein ziemlich altes Emote Und Das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, glaube ich Man muss aber auch sagen, die Situationen, in denen man es benutzen kann Sind jetzt nicht so mannigfaltig Äh Es tut mir leid, Prof Oh, mit Tomb Raider 5 Demo CDs kenne ich mich leider nicht aus Es könnte sein Es könnte sein Es gibt in diesem Spiel gefühlt einfach keine Kohle Waffe Das ist durchaus ein wenig schade Ja, die Desert Eagle Aber auch sie ist nur ein Schatten ihrer selbst, finde ich Und wir haben sie nur ganz kurz Haha Chat nicht schlafen Wir müssen für Marco da sein Sonst übernimmt Lara die Kontrolle über ihn Flint sagt das nicht Das wollen sie doch Eine etwas prekäre Situation, nicht? Nein. Ich habe nämlich das Gefühl, dass Sie viel qualifizierter sind, die Geheimnisse der Grube zu enträtseln. Es sei denn, Sie vergessen alles beim Aufschlagen. Vielleicht würde es den Fall etwas bremsen, wenn Sie unnötigen Ballast abwerfen. Vielleicht den Stamm, den Sie mit sich rumschleppen. Ich hatte mich schon gefragt, wann du auf dieses Thema kommst. Lass sie mich rauf und der Stein gehört dir. Und dann leben wir alle glücklich bis ans Lebensende. Kann ich mir nicht vorstellen. Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht anrühren, wenn ich Sie aus der Grube hole. Du hast mein Wort drauf. Ah! Der Stein. Also wirklich, Miss Croft. Sie haben mir Ihr Wort gegeben. Nun kommen Sie schon, Lara. Lara, Sie haben mir versprochen. Ist sie wirklich? Vereinbarung? Na, Dich nicht anzurühren, schon vergessen, Dummerle. Na egal, ich bin sowieso spät dran. Ich muss weg. Aber ich... Du scheiße Noob. Ich finde sogar in dieser Szene wird sie noch kälter und ruchloser dargestellt als sonst. Äh, also das war jetzt schon gerade ein Höhepunkt. Denn ich meine, Pierre war der, der auf dieser Plattform eigentlich die Waffen in der Hand hatte. Pierre hat nicht einfach auf sie geschossen. Er hatte sie oben. Er hätte das tun können. Und sie wirft ihn, also wirft in Anführungszeichen, ihn einfach darunter. Pierre hat den Todeszaun von Lara gemacht. Ich behaupte aber mal, wenn Piers Knochen brechen, klingt das genauso wie bei Lara. Der Schrei war ja nicht dabei. Den hat Pierre ja nicht gemacht. Oder? Ich würde mich jetzt sehr wundern. Kurzes Quietschen war da. Ja, okay. Das kann aber auch eine arme Maus gewesen sein, die da unten hauste. Pierre ist auf einer Maus gelandet. Jetzt haben wir's. Ist doch logisch, Mann. Denk mal nach. Och, was heißt erst Rom? Also, das ist tatsächlich... Du scheiße Nub. Meine Autorität wird hier gänzlich untergraben. Dankeschön, Flint. Vielen Dank für 100 Bits. Das ist tatsächlich das Schnellste, was wir jemals gewesen sind im Larathon. Philono! Danke für 200 Bits. Birisiöd – Dich, Leck! Yung! Das war's. Das war's. Musik. Wirklichkeit Bits. Wie? Untertitelung. BR 2018 Er hat einen blauen Gongbonger. Das ist der mächtigste Gongbonger von allen. Der Blend Gongbonger. Stimmt, das haben wir gelernt. Der gelbe Gongbonger wäre der... der Super Gongbonger. Gongbonger. Woher dieser plötzliche Wille, es französisch auszusprechen? Gongbonger. Le Brun du Gong. Wann bin ich gestorben? Ich war dabei und hab's nicht gemerkt. Das werden meine ersten Worte nach dem Tod sein. Ich hab kurz nicht aufgepasst. Mach nochmal. Und so endete die erste Unternehmung von vielen. Ich bin sicher, Miss Croft wäre die erste, die sich für ihren nicht immer ganz respektvollen Umgang mit einigen der zerbrechlicheren religiösen Artefakte entschuldigen würde, Vater Patrick. Keine Ursache. Geschah doch alles für eine gute Sache. Zumindest wussten wir immer, dass sie in Sicherheit waren. Und zum Glück hat die Kirche nie einen kugelsicheren Gesandten geschickt, um sie abzuholen. Ah ja, aber sie kannte ihren Platz in der großen Ordnung. Einige Dinge, das hat uns die Geschichte deutlich gemacht, lässt man am besten einfach ruhen. Ha, ich spreche in Rätseln. Ich rede natürlich von dem bedauernswerten U-Boot. Ah ja, die U-Boot-Episode. Miss Croft hat mir nie alle Details verraten. Zu meinem eigenen Schutz, wie sie immer wieder betonte. Genau, Winston. Und dafür sollten Sie dankbar sein. Tief im Frachtraum dieses Bootes lag eines der mächtigsten Artefakte des Christentums. Ein Artefakt, das jede Armee, der es vorangetragen wird, unbesiegbar machen soll. Der Speer des Schicksals. Sie würden es vielleicht göttliche Fügung nennen, dass dieses U-Boot mit seiner kostbaren Fracht niemals ins Vaterland zurückkehrte. Es verschwand nach dreiwöchiger Fahrt einfach von den Radarschirmen. Nun, Tetsuya. Ist wirklich eine gute Frage, warum das jetzt plötzlich in Ordnung geht. Und so wurde dies das Grab aller 52 Seeleute. Und noch etwas anderes liegt dort. Etwas viel Böseres. Lara Croft. Du scheiß Noob. Dankeschön, Flint. Der Hafen Zapatna-Jaliza. Eins der Stolz der russischen Nordmeerflotte. Sergej Michalovs Männer. Die meisten davon Ex-KGB-Agenten. Gut ausgebildete Killer. Ich hatte schon mal mit Mafio sie zu tun. Unangenehme Erinnerungen. Gehe ihn lieber so weit wie möglich aus dem Weg. Ja, das würde ich auch am liebsten. Wohl kaum eine groß angelegte Suchaktion, oder? Sie verschweigen mir doch was. Ja. Ich bin ein großes Mädchen, also raus damit. Schlechte Neuigkeiten. Der verantwortliche Admiral. Er wurde ebenfalls gekauft. Und damit auch sein Schmuckstück. Ein Atom-U-Boot. Es liegt in einem der Docks. Na wie fein. Atom-U-Boot. Richtig nett. Der perfekte Urlaub. Der perfekte Urlaub. Der perfekte Urlaub. Der perfekte Urlaub. Wenn man ihn geboren. Der perfekte Urlaub. Der applications II beendet. Da ist der Kran-Karl, das Event des Jahres für Zaren, der perfekte Urlaub. Du, 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 du. So, diese Karte hätte ich dann mal gern. Ich glaube, ich habe da drin auch noch eine schöne Waffe für mich. Verrat. Da drin lag nichts als Verrat. Kran Karl lebt noch. Das war nicht Kran Karl. Ich glaube, ich habe das Wort. Ich glaube, ich habe das Wort. Und ein zweiter Typ, der nicht Kran-Karl ist, ist auch tot. Als nächstes sollte der Typ sterben, der Kran-Karl ist. Dafür müssen wir erst zu ihm rüberhüpfen. Road to Kran-Karl, wir kommen. Ich muss gleich bei Fallout 4 ins leuchtende Meer. Gib mir Tipps, nicht vom gelben Schnee essen. Meistens ein guter Tipp, was? Kran-Karl ist tot. Kran-Karl ist gefallen. Ein F für Kran-Karl, bitte. Zaren, du weißt schon, dass du noch ein bisschen was vor dir hast. Ja, Jenny. Egal, es ist wie jedes Jahr vollbracht. Na gut. Jede Firma der Welt will den bestimmt auch haben. Äh, jetzt nicht mehr. Also, Mund auf Verstehen. In Doc Ga-Karl–Karl. Kantes Schatten. Du weißtóst telling? Nein. 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 Sie україster 승... Die Basis sind... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich glaube, was du hast, brauche ich. Genau. Nein, danke, Karel. Nein, danke. Wenn Sie die Benutzung des U-Bootes annehmen, stehen Sie in meinen Diensten und folgen meinen Anweisungen gefährlichst ohne Kommentar. Nur weil ich mich mit jemandem wie Ihnen einlasse, damit meine Männer etwas zu essen haben, gehöre ich noch lange nicht zu ihrer Sorte. Immer mit der Ruhe, mein Freund. Wir sind zwei Seiten der gleichen Minze. Mafia-Abschaum. Ruhe-Chef, Beeilung mit der Kiste. Unser neuer Kommandeur verlangt mehr Effizienz. Okay, das reicht. Alle Mann unter Deck. Luken schließen. Da Sie mich zum Kommandeur befördert haben, sollte ich da nicht vor dem Admiral an Bord gehen? Ja, ja. Ein Kack-Buhn. Zwei Seiten der gleichen Minze verstehe ich immer, wenn ich ehrlich sein soll. Ich weiß, es soll Münze sein, aber Minze verstehe ich immer. Oh, du, du kannst mich zu zeigen. holen wir uns zunächst einmal das secret das ist schon ein fragwürdiger abfluss würde ich mal behaupten 3 von 3 es ist ein wirklich großer wasserkanal 4 ja 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 Das ist nicht, was wir suchen. Das ist nicht, was wir suchen. Das ist eine Sache, die wir suchen. Der war fliegend, ich hab's ja auch eilig. Das ist die andere Sache, die wir suchen. Jetzt hab ich schon so viele durch, lass das letzte auch noch öffnen. Solange es kein Medipack ist, fühl ich mich nicht verhöhnt. Das ist kein Medipack. Ich hab's nicht verhöhnt. Ich hab's nicht verhöhnt. Achtung. Wir sind auf der Beerdigung von Kran, Karl. Achso, ja, das ist verständlich. Warum dachte Lara eigentlich, sie fällt nicht auf, wenn auf dem U-Boot zwei Mitglieder der Besatzung herumliegen? Welch unwillkommene Verstärkung bei unserem kleinen Ausflug. Leonid, bitte legt die Dame doch in Ketten, ja? Ihrem kleinen Ausflug? Sie haben keine Ahnung, wofür sie das Geld von der Mafia eigentlich bekommen haben, stimmt's, Admiral? Kleine, wer du bist und was du weißt, interessiert mich nur wenig. Wenn ich der Kapitän auf meinem eigenen Schiff wäre, würde ich dir vielleicht sogar zuhören. Aber bedauerlicherweise erlaubt mir meine derzeitige Situation ein solches Privileg nicht. Wenn du also einfach die Klappe halten und mitgehen würdest, das wäre sehr brav von dir. Wir werden dir gleich folgen, Zapdos. Sie öffnen diese Türe unter gar keinen Umständen. Verstanden? So, es ist der schnellste Laraton bisher. Nach 24 Stunden ist das unser Stand. Zur Erinnerung, beim ersten Laraton, nach 26 Stunden, waren wir gerade am Anfang von Tomb Raider 4. Ähm, aber... So, äh, ihr sucht dich's, hier bin ich wieder. Willkommen zurück zum Laraton 2024. Wir befinden uns in dem U-Boot. Ähm, das haben wir im letzten Stream erreicht. Das U-Boot, das Level, das U-Boot. Hallo, Theomatic. Scheiß Noob. Das hab ich nicht gesagt. Äh, Kit, dankeschön für 100 Bits. Hallo, Theomatic. Hallo, Tieny. Mokri Magi, Kyoto Kese. Entschuldigung. Das war ich nicht. Melli, Internetsovix. Ähm, wunderschönen guten Tag. So, ich würde sagen, ja, so ein U-Boot, das ist an sich ein Ort, der ist ganz interessant. Außer man ist als Gefangener dort, dann ist das nicht so cool. Aus dem Grund möchte Lara vermutlich auch raus. Und diesen Wunsch werden wir ihr nun erfüllen. Hier haben wir gestern aufgehört. Und wir haben dieses Mal in 24 Stunden es geschafft, bis zu diesem, ähm, Ort zu kommen. Das ist deutlich schneller als jeder Laraton davor. I-Bims, äh, Happy. Ein, durchaus ein Achievement. Träumchen wäre irgendwann in 24 Stunden ganz durch zu sein. Ähm. Aber das ist leider dieses Mal noch nicht der Fall. Kann ja noch kommen. So, äh, hier dürfte Secret Nummer 1 sein. Marco, ich hab den Stream von gestern nur bis zur Pyramiden nachgeholt. Kannst du, äh, ich hab deine Nachricht nur bis zur Hälfte gelesen. Kannst du den Rest nochmal schreiben? Ähm. Hallo, Little Snitch. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Und, ähm, seid gegrüßt natürlich Herr Schinkenpaps. Hallo, Mrs. Pra, Mrs. Pra, Chris. Freut mich, dass sie so zahlreich erschienen sind. Hier müsste es runter zum Koch gehen, ne? Ich glaube... Danke fürs ins Bett bringen, Marco. Äh, gern doch, gern doch. Ah, hier gibt's Zeug. Das sammle ich mal lieber. Und das superbeste TR, das irgendwie so gar nichts mehr mit TR zu tun hat. Irland find ich cool. Rom find ich cool. Äh, die beiden Bereiche dazwischen. Ja gut. Hätte man auch rauslassen können, aber um ehrlich zu sein, dann hätte das Spiel nur 6 Level. Das, das hätte uns dann auch schon wieder nicht gepasst. Wir wissen nie, was wir wollen. Ähm. Hallo, Manolux. Ich mag die Hydra in Rom nicht so. Ich auch nicht, deshalb schieße ich hier alle drei Köpfe ab. Ähm. Ich hab nur das Gefühl, das ist so geplant, dass man die nicht so mag. Und das Schöne ist ja, dass man sie überspringen kann, theoretisch. Wenn man denn Medipacks hat. Verdammt. Wo komm ich eigentlich her? Ich tippe jetzt mal darauf, dass ich dort herkomme. Und, dass wir in diese Richtung müssen. Das ist immerhin eine Leiter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich eine Leiter runtergelassen hätte. Also, lasst uns doch einfach mal diese Leiter erklimmen. Ellory, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Und, hallo, Lampi. Dem deutschen U-Boot. Hat er recht. Man erkennt es. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben. Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Njetta. Wir müssen zwar mit Ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot. Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position. Schnellgenosse. Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp. Weil ich es gerade sehe, was für ein Power Move wäre das eigentlich. Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen. Auch im echten Leben einfach T-Shirts zu verkaufen, wo eine Krawatte aufgemalt ist. Ich würde es so sehr lieben, dass ich bestimmt eins haben wollen würde. Das gibt es. Och Mann! Das gibt es für kleine Kinder. Ich will aber auch eine! Jo, dann wollen wir mal gucken, ob es hier oben... Nee, nee, nee. Da gibt es gar nichts. Lass Polo-Shirts damit herstellen. Mein Sohn hat gerade eins mit Fliege. No! Das ist süß. Nö! So, wir müssen gehen. Das ist irrelevant. Das ist äußerst wichtig. Rivalant ist es. Bronze Schlüssel. Ein Bronze Schlüssel für ein Bronze Schloss. Ähm... Gönnen wir uns mal ein bisschen Regale. Hallo Zwergnase. Herzlich willkommen. Warte, was steht denn da? Ich weiß, es kann wahrscheinlich keiner mehr was für ein Remasters hören. Aber ich habe heute Rotz und Wasser geheult. Weil habe seit langem nochmal die Tomb Raider... Das ist äuß... Wie auch immer man das ausspricht. Äh... Von Nathan McCree gehört. Und es hat mich emotional einfach extrem berührt. Und dass wir nächste Woche jene Classics aufpoliert in ihrer Schönheit genießen können. Und dazu diese perfekten Soundtracks. Diese Reihe macht mich fettisch! Ach, ich freue mich sehr, 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 sehr. Nachdem das ja so lang unter... Äh... Äh... Square Enix... Oder wie sie heißen... Begraben war. Ich freue mich so sehr darüber. Ist wie Weihnachten in der Kindheit, diese Vorfreude. Ja, Mann. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ein dicker, bärtiger Mann wird durch unseren Schornstein steigen. Und die Remasters vorbeibringen. Zwar nur als Download-Code, aber trotzdem. Coole Geste. Die Klos sind aber groß. Äh... Nun... Die Mannschaft ist auch sehr viel. Ähm... Hoffentlich ist es diesmal auch das echte, transformierbare Power Rangers Auto. Nicht nur das, was piept. Oh, hi, hi, hi. Er ist dieser Typ. Ja, Suhl, du kannst darauf bestehen, dass das Christkind dir die Remasters bringt. Aber das Christkind ist noch keine... Können wir darüber reden, dass natürlich das Kistkind die Tomb Raider Remasters bringt. Schöner Versprecher. Ähm... Aber das Christkind ist noch keine 18. Das darf die gar nicht mit sich führen. Die erreichen dich dann leider nicht. Habe Crispkind verstanden, aber Christkind ist auch okay. Freue dich, oh Kistenheit. So, ähm... Da kommt ein Schlüssel hin, den wir nicht haben. Da kommt eine Keycard hin, die wir, glaube ich, nicht ordentlich haben. Genau. Dann kommen diese Räume zuerst. Diese Raums. Ich fand das U-Boot immer schrecklich verwirrend. Alles, was ich über den Aufbau von U-Booten weiß, ist, wenn man durchs Fenster reingucken kann, hat man was falsch gemacht. Wollen wir mal nach unten. Oh, ich brauche für heute natürlich auch noch ein Motto. Mein Motto für den Abschluss des Laratons. Okay. Wenn die Prophezeiung das so will. Ah, eine Schrotflinte. Das freut mich. Hier müsste auch das zweite Secret liegen. Theoretisch. Das T-Shirt ist nur aufgemalt. Plot-Twist, der Hut auch. Ohne Zweifel, Intermezzo Mix. Du musst jetzt deine Eier herstellen, ohne Zweifel. Und zwar mehr. Ups. Es hat ein bisschen wehgetan, ist aber nicht so schlimm in diesem Level eigentlich. Das relativ kurz, wenn man den Weg kennt. Haben wir irgendwie eine Key-Karte oder was ähnliches aufgesammelt? Nur damit ich weiß, was... Nein, okay, dann nicht. Ah, hier waren wir aber noch nicht. Weil wir hier eine Key-Karte brauchen. Gut. Du willst also nicht auf meiner Seite sein, Spiel. Dann halt auf die harte Tour. Hier könnte es ein... Genau. Ich bin wieder richtig. Ich hasse es so ein bisschen, dass es hier mehrere Räume gibt, die so bestehen aus zwei Schränken und einem Schrank. Und die sehen alle sehr ähnlich aus. Haben auch meistens eine Klappe nach oben. Aber es sind halt andere Räume. Bist du etwas Secret Nummer drei? No. Was für ein Liebesgeschenk. So, damit dürften wir drei von drei Secrets haben. Hallo, Quicksilver. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ziehen wir dich mal auf. Danke für diese Regale. Aber ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben beide Hälften der Batterie. Doch, Lara. Wir haben die Aqualunge. Anzugbatterie. Aqualunge. Äh, Atemmaske. Ja. Also runter hier. Mit Final Fantasy habe ich nicht viel am Hut. Das ist richtig. Kacke bin gestern eingefangen, äh, eingeschlafen habe, den Anfang von Chronicles verpasst, wäre es eventuell möglich, nochmal von vorne anzufangen. Ja, das ist klar. Das kann man machen. Dafür musst du in die Videos gehen. Dir das VOD von gestern suchen und einmal zurückspulen. Hallo, Anrea Dark. 2Mater 4 und 5 auch noch zu bekommen, wäre wirklich Premium. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten. Ich meine, mit warten kennen wir uns aus, oder? Äh, als Fans der Classic Serie. Elori, für dich, nur für dich, werde ich das tun. Äh, ich würde mal sagen, 1. Samstag, Februar nächstes Jahr, ne? Dann machen wir in Larathon einfach nochmal. Extra für Elori. Welch ein Fanservice. Okay, jemand schießt auf mich. Aber warum? Ich habe nichts gemacht. Hallo? Ich habe gar nichts gemacht. Nein! Etwas fehlt noch. Offensichtlich. Ja, das ist so ein Ding, das man reintun muss. Der nächste Larathon ist also für Elori. Äh, wenn du jetzt eifersüchtig bist, kann ich im Jahr darauf einen für dich machen. Auch 1. Februar, ne? Äh, 1. Samstag im Februar. Schreib mir das auf. Melly wird in zwei Jahren dann so in den Chat kommen. Ah! Mein Larathon ist endlich fertig. Dankeschön übrigens auf den Hinweis, für den Hinweis mit dem Raum gegenüber. Wo kann man sich auf die Warteliste für einen Larathon schreiben? Ein Wernathon gab es auch schon lange nicht mehr. Das ist richtig. Wenn es Dinge schon lange nicht mehr gibt, hat es meistens einen Grund. Zeit, den Spieß umzudrehen. Spieß umzudrehen. Lidschatten des Todes einfach. Lidschatten des Todes einfach. Kann man sie nicht genau so runterlassen, aber unten ist Lava einfach. Wobei, dann hätten wir den coolen Irland-Abschnitt nicht. Das wäre in der Tat schade. Nur Geduld, mein Kind. Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit. Mein Gott, ich habe gerade zum ersten Mal gesehen, dass da jemand drinsitzt. Einfach Ultraschock. Da sitzt auch einer drin, oder? Warte, von oben. Man kommt so schwer da oben hin. Denen war wohl bewusst, dass das nicht so gut aussieht. Egal. So, wir haben glaube ich jetzt das einzige Secret dieses Levels. Das ist nämlich das einzige Level, das nur ein Secret hat. Das nächste Level hat dann nur zwei. Der Strimmer hat schon gegessen. Ja. Wir können da so pausenlos durchstreamen. Froh Locket. Danach kommen noch die Credits. Aber mehr habe ich heute nicht geplant. Ah, wer hätte das gedacht? Ah, wer hätte das gedacht? Ich bin nur ein schwebender Kopf in einem Anzug. Nein, mein Sauerstoff ist nur aufgemalt. Das ist der Moment. Zu dem mir das klar wird. Oh, da geht's doch hoch. Du, 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 du Ich muss es tun. Haha, ich liebe es. Sie ist tot und wenn sie unter Wasser stirbt, steigt sie nach oben ins Levelende. Hab beim Zug auch gemacht, das ist Tradition. Natürlich. Ah, unsere unangemeldete Besucherin. Ich wüsste, Sie haben einen gewissen Gegenstand entwendet, den ich dringend benötige. Zur Unterstützung Ihrer Bemühungen um einen dauerhaften Weltfrieden nehme ich an. Oh, der Weltfrieden ist nicht gerade mein Ziel bei der Suche nach diesem Artefakt. Dieses Artefakt beherbergt ungeahnte Macht. Kräfte, die Sie niemals im Zaum halten könnten. Sie können den Speer haben, wenn Sie wollen, aber Sie werden es bereuen. Die Welt könnte es bedauern. Geben Sie es mir. Und ich verschone Sie vielleicht. Wenn Sie es so haben wollen. Bringt Sie in den Torpedo-Raum und schießt die Dame ins Meer. Ich glaube, du willst in einem U-Boot einfach keine Waffe abfeuern. Wenn es nicht sein muss. Nein! Halber Chat hat sich gesprengt. Was ist jetzt los? Warum? Es gibt diesen Command-Ausrufezeichen Boom. Und dann sprengt man sich selbst. Man timeoutet sich selbst für eine Sekunde. Nicht wundern, das ist jetzt kein Mod, der ausrastet oder so. Das ist nicht, keine Ahnung, die Mellie, die da sitzt und sich denkt, jetzt zeige ich es euch mal. Ihr Pop-Mimer. Wenn ich meinen Larathon bekomme in zwei Jahren, dann soll er nur für mich sein. Lara holt den Speer des Schicksals und hat am Ende nicht mal was davon. Tja, es läuft nicht immer alles wie geplant. Ich glaube, der Teil, wo Lara in einem volllaufenden U-Boot steht, war tatsächlich kein Teil ihrer Planung. Ich glaube, der Plan war, den Speer zu holen und sich dann volllaufen zu lassen. Aber man kann nicht alles haben. Wir sind gerade erst online gekommen. Also, 18 Uhr. Weil wir gestern mit dem Larathon noch nicht ganz fertig geworden sind. Aber wir sind sehr weit gekommen. Mal kurz da reinschauen. Aber ich glaube, in diesem Raum liegt nichts. Nur das Problem mit glauben, dass irgendwo nichts liegt, ist, dass man sich meistens irrt. Hallo, Lauchbär. Nee, nee, hier liegt wirklich nichts. Ich glaube, von diesem Spiel sind die U-Boot-Level tatsächlich das verwirrendste für mich. Ich calle, dass Irland nicht nur der schönste Abschnitt, sondern leider auch der kürzeste wird. Ich weiß, welchen NPC du meinst, Quicksilver. Schauen wir mal, ob es dazu kommt. Wenn ich ihn jetzt natürlich versehentlich vorher über den Haufen ballere, dann kann ich auch nichts mehr tun. Vergleichsthermer wäre tatsächlich relativ cool. Wir haben jetzt gestern und vorgestern ein bisschen den Service gehabt von... Was soll das? Ja, dankeschön. Von Meistertyp Kit. Wieso ist mir denn dein Name gerade nicht eingefallen? Warum wechselst du den so oft? Den Service gab von Meistertyp Kit, der, äh... Der uns gesagt hat, dass wir in Tomb Raider 1 zum Beispiel eine halbe Stunde schneller waren. In Tomb Raider 4 praktisch gleich auf. Bisher haben wir tatsächlich jedes Spiel... 50 Minuten waren wir sogar schneller. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir jedes Spiel in diesem Larathon... Oh! Schneller abgeschlossen als beim letzten Mal. Wegklicken wollte ich die Katze jetzt nicht. Aber wir müssen mit der Welt leben, die wir geschaffen haben. Ähm... Das sind Stromkabel. Die sind im Wasser. Wenn Stromkabel in Wasser, dann Lara in Wasser nix gut. Du meinst, ob man in Tomb Raider 1 irgendwo tot das Level beenden kann? Ah... Gute Frage. Kannst du sicherlich immer mit Brennen erreichen. Das dürfte in jedem Teil gehen. Irgendwie geht Vergangenheits-Marco jetzt erst tauchen. Seht ihr, selbst in TR5 sind wir schneller. Da ist er! Da steht er! Und denkt sich... Das ist eine Wand! Interessant! Eine Wand in einem untergehenden U-Boot. Ich stehe hier... Und schaue mir das an. Ich werde genau darauf achten, was diese Wand macht. Und sollte jemand diesen Raum betreten... Ich möchte gerade allein sein. Sollte jemand diesen Raum betreten... Dann werde ich mich so cool umdrehen. Wie ich es jemals getan habe. Und ich komme jetzt rein. Schleichend wohlgemerkt. Und er nur so... Ähm, hallo? Hallo? Das Spiel hat ein Stealth-System? Wir gucken uns jetzt gemeinsam die Wand an. Ich übernehme die Kiste. Pass nur auf, dass das Regal nicht wegläuft. So, jetzt... Düdü, düdü! Wir sind jetzt Freunde. Wirklich? Äh, nein. Nein. Ja, ich wusste tatsächlich nicht, dass die das Stealth-System durchgezogen haben auf die Weise, aber anscheinend. Stimmt. Spätestens beim Chloroform braucht man es. Chloroform. Stabil. Oder beim Koch. Das einzige Mal in dieser Serie, dass man Brecheisen mit NPC verbindet. Ich finde, bei dem Elektrotod gibt es diesen coolen Moment, wo man einfach sieht, wie das Böse, wie Satan Laras Körper verlässt. Weißt du, dieses... Wo alles plötzlich so... Dieser... Dieser... Blaue Nebel, der sich um sich formt. So ganz kurz. So jetzt... Das ist, glaube ich, Satan, der ihren Körper verlässt. Danke nochmal, Marco, dass du mir diesen Wunsch erfüllt hast mit dem NPC. Es war mir eine Ehre. Ähm. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Suhl. Ich vergesse immer, dass zu jedem Dämon, den ich hier erwähne, wir einen Chat-Benutzer haben, der so heißt. Ähm. Das muss an meinem Content liegen. So, da müsste die Keycard rein. Richtig. Sie haben recht. Kein... Wunderschönen guten Tag. Tag. Kein... Tag. Was für Content? Ich bin nur hier, um Chat zu lesen. Irgendwie jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit schreiben die plötzlich und dann nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso. Gummi. Einen wunderschönen guten Tag. Ähm. 20 Goldstücke war ja auch nicht so viel für dein Leben. Jeppnafri. Komm schon, Marco. Die Iris ist nicht weit. Geweitete Iris ist auch nicht gut. Ähm. Wie weit bist du mit Laraton? Nun. Wir sind fast fertig. Wir haben nur noch den Rest von Toon Raider 5 vor uns und der ist relativ kurz. Ihr Dankeschön für die liebe Donation, Jeppnafri. Ich werde durchhalten, keine Sorge. Boah, ich will auch... Mich interessiert, wo ich um 20 Uhr bin. Warum interessiert mich, wo ich genau um 20 Uhr bin? Beim ersten Laraton war ich nach exakt 26 Stunden am Anfang von Toon Raider 4. Ähm. Und um 20 Uhr läuft der Laraton genau 26 Stunden. Ah, nur Marco und Chatlines. Ist ja ganz schön kuschelig hier heute. Ich calle VCI mit dem Spinnen-Joke. Der Spinnen-Joke. Ah, ah. Ich weiß, was du meinst. Jöi, hallo Fox Maxim. Äh, mach es dir bequem. Ruhe dich doch erstmal aus. So, wir haben den Strom ausgemacht. Sicherlich Teil der Ausruhm-Manöver. Ähm. Wäre es nicht besser, in Laraton Freitag zu starten, abends zum Beispiel? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich mag, dass es... Also, im Idealfall würden wir es in zwei Tagen, zwei zwölf Stunden Streams schaffen. Äh, ich mag die längeren Abschnitte davon tatsächlich mehr, als wenn wir zum Beispiel Freitagsabends starten und dann nur, nur vier Stunden machen. Gerade durch Toon Raider 1 durch sind. Äh. Ich glaube, ich mag das so lieber, tatsächlich. Führt dieses Mal natürlich dazu, dass der Rest dann an einem Montag kommt, aber... Das kann man ja im Vorfeld nicht wissen. Man ist ja im Vorfeld guter Dinge, dass man es in den beiden Tagen schafft. Ich wusste, dieser rötige Hund, Sergei, wird um... Das stimmt, die Epnafri. Er hat mein Schiff mit seiner Kiere angesteckt und jetzt geht es uns allen an den Galagen. Wir haben noch eine Chance. Die Notkapseln. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Ich habe das nur... Für meine Männer getan. Er kwasselt von einem biblischen Speer und ich melke ein bisschen Geld aus seinem Wahnsinn. Damit meine Jungs ihre Familien ernähren können. Das war nicht im Naraton. Leichen zum Frass für die Fische. Ja, ich kann Ihnen helfen, aber Sie müssen auch mir helfen. Dieses Boot wird bald auf dem Meeresboden aufschlagen und dann ist unsere Zeit abgelaufen. Wir müssen uns beeilen. Die Notkapseln haben kein... Keine interne Sauerstoffversorgung. Du findest Sauerstoffflaschen in meiner Kabine. Ich höre, wie mein Schiff stört. Die inneren Schwarznähte... Die inneren Scheißnähte brechen. Ups. Ich schlage mein Buch versehentlich. Ähm. Weiß man, wo das chronologisch spielt? Dieses... Dieser Abfchnitt des Abenteuers... Präzise... Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Wird recht schwer, das einzuordnen. Lara ist offenbar schon erwachsen, aber mehr wissen wir nicht. Ähm. Mehr wüsste ich jetzt zumindest nicht. Nach Tomb Raider 2? Wie kommst du darauf? Genau. Und dann war da noch der gute Tweety. Ähm. Wir sind... Sagen wir mal in der Mitte von Tomb Raider 5. Aber Tomb Raider 5 ist das kürzeste der Spiele. Oder das weitkürzeste. Es ist auf jeden Fall relativ kurz. Die haben U-Boote erst in Tomb Raider 2 erfunden. Ach so. Ich denke, VCI wird dieses Mal deutlich besser laufen, weil wir haben... Ah! Okay, Lara sagte, sie hatte schon mal mit Mafiosi zu tun gehabt. Dann bezieht sie sich da wahrscheinlich auf die Ereignisse von TH2. Das stimmt. Es ist ein Atom-U-Boot. Das sollte man noch erwähnen. Das grenzt es jetzt nicht sehr ein, weil... Lara ist 1968 geboren. Es muss ja nach ihrer Geburt spielen. Ja, ich denke schon, dass das hier nicht gerade im Mutterleib stattfindet. So, wir haben den Schlüssel. Äh, dieser Schlüssel öffnet uns die Tür zum letzten Secret. In den Raum mit dem letzten Secret muss man irgendwie hineinklettern. Habe ich mir da genauere Notizen gemacht? Schlüssel einsetzen in Steuerraum. Oh, Steuerraum. Ja gut, das ist genau genug. Kletter da hinein, du Noob. Das ist übrigens nicht der Steuerraum. Ah, Lukas. Dankeschön für den Sub. Wir haben noch gar kein Secret, ne? Dann sollten wir vielleicht, bevor wir uns fragen, wo das zweite Secret liegt, mal kurz das erste abholen. Das ist gerade auf dem Klo. Wenn mich nicht alles täuscht, war das auf dem Klo. Ne. Dann war es in der Küche. Du, 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 du. Das ist die Remaster-Games am Valentinstag streamen. Äh. Ich glaube, ich will noch nicht so weit in die Zukunft planen. Wir haben ja noch Zeit. Fakt ist auf jeden Fall, die Remaster kommen raus und ich werde sie, nachdem sie rausgekommen sind, ziemlich exzessiv spielen. So viel weiß ich. Jetzt müssen wir zurück zum Steuerraum. Dafür muss ich ihn nur finden. Marco, wenn du den nächsten Laraton in 24 Stunden schaffst, gibt's eine 50er-Bombe. Ich hoffe, du meinst nicht, dass deine Großeltern auf dem Dachboden noch eine Bombe aus den 50ern haben, die du dann bei mir abwirfst. Falls doch, dann verzichte ich. Aber okay, Deal. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Auch das war auf gewisse Weise eine 50er-Bombe. Alter, Lukas, danke schön für die liebe Donation. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die Lords sind ein klein bisschen leise, ne? Kann man ein bisschen lauter machen. Ich will zwar nicht, dass es mich wirklich wegsprengt, aber... Der flüsternde Gorn, den braucht auch keiner. Ähm, so. Äh, die Leute timeouten sich übrigens selber mit Ausrufezeichen Boom. Also nur, falls jemand hier reinkommt, zum ersten Mal da ist und verwundert ist. Es gibt keinen wild gewordenen Mod, der eine Vendetta veranstaltet. Schlüssel einsetzen im Steuerraum. Meine ich vielleicht im Kriechgang nach dem Steuerraum? Ja, oder? Ja! Kann man sich im Aufzugsschacht im VCI unten in die Öffnung glitschen? Gucken wir doch nach, wenn wir da sind. Ähm, so auf Anhieb, muss ich zugeben, wüsste ich jetzt nicht, wo genau du meinst. Ist es der abstürzende Aufzug? Meinst du den? Joach! Ähm, damit haben wir... Zwei von zwei. Dann schaue ich einfach mal ganz kurz, wenn wir da sind. Weil gerade sagt mir die Öffnung nichts. Aber Tomb Raider 5 ist jetzt von den Classics, glaube ich... Der Teil, den ich am wenigsten kenne. Nein, Wollend. Vor allem stell dir vor, du änderst das und sagst niemandem Bescheid. Aber soweit ich weiß, geht das nicht so easy. Die Decke ist eine ganz besondere Erfahrung, wie ich finde. Die Decke der Meeres... Äh, Deckel. Wie heißt denn das? Die Meeresoberfläche von unten. So. Äh, die kann man nicht falsch reinpacken, nee. Das Spiel akzeptiert den anderen nicht. Lara sagt dann no. Genau das. Der Rumpf ist leck geschlagen. Wir ertrinken bald. Nimm den Sauerstoff und verschwinde. Sofort. Nicht ohne Sie. Ich bin Admiral Jarofhev von der kaiserlich-russischen Marine. Ich habe meinem herrlichen Land viele Jahre gedient. Doch das Land, das ich kannte, verblüht nun. Der russische Bär legt sich ein letztes Mal schlafen und genau das möchte ich auch an Bord des Schiffes, das mir ans Erz gewachsen. Auf gar keinen Fall. Oh doch, auf jeden Fall, denn das äußere Schleusentor ist nur vom Inneren des Schiffes aus zu öffnen. Betrachte es als mein Geschenk für dich, Gännchen. Ich schenke dir eine Zukunft außerhalb dieses sterbenden Schiffes. Und mein Geschenk für sie? Erzähl allen meine Geschichte. Erzähle ihnen, wie tapfer die Männer der kaiserlich-russischen Marine gegen den Feind von innen gekämpft haben. Und wie sie sich opferten, damit ihr Land einmal wieder voller Stolz dastehen kann. Ich stelle ihm mein Wort auf. Ich danke dir. Und jetzt schnell in die Schleuse. Ich lasse dich raus. Und pass auf, nicht gleich alles auf einmal. Der Mann wird da trinken, ist das dein fucking Ernst? Dankeschön. Lara erkannte die Macht in diesem Artefakt. Sie sah, dass es nur einen angemessenen Ort dafür gab, wo kein Mensch diese Macht jemals wieder missbrauchen konnte. Trotzdem konnte sie diese Macht nicht zerstören. Manche Kräfte gehen einfach weit über den Menschenverstand. Ach du meine Güte, Gentleman, ich muss mich entschuldigen. Es scheint, irgendjemand da oben hat einen gewissen Sinn für Humor. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Ich besorge uns Kerzen. Eine Nacht wie in der Hölle. Und während die Reiter immer weiter um die Welt galoppierten, brodelten die Himmel in ihrem Gefolge. Tja, die Vorzüge einer religiösen Erziehung. Und das hier ist übrigens normal. Das ist Teil des Videos, das jetzt alles schwarz ist. Und ich finde es mega weird. Und genau wenn man denkt... Oh, ist das etwa abgestürzt? Genau wenn man das denkt... Diese Nacht erinnert mich an die Zeit draußen in Colossi. Bei Winston zu Hause? Ja, genau. Die Leute waren alle heimgegangen wegen einer Überschwemmung. Lara, damals noch ein junges Mädchen, wohnte bei Winston und seiner Frau, bis sich die Lage besserte. Sie war es übrigens, die damals Kontakt zu mir aufnahm. Irgendwelcher Ärger auf einer der Inseln. Komische Lichter, Manifestationen, sowas in der Erde. Sie dachte, ich könnte da helfen. Es war genauso eine höllische Nacht wie diese, als ich dort ankam. Guten Abend, Winston. Wie kann ich Ihnen helfen in dieser gottverlassenen Nacht? Die Leute haben diese Erscheinungen draußen auf den Inseln also wirklich gesehen? Man redet kaum noch von was anderen im Dorf. Ich tue bloß mein Möglichstes, um Lara von diesem Geschwätz fernzuhalten. Jawohl, und das ist sehr klug von euch. Sonst würde ihre Neugier sie wie ein Magnet an diesen Ort ziehen. Und Sie, haben Sie irgendeine Idee, was das sein könnte? Ehrlich gesagt, nein. Aber da der Teufel sich die Untätigen schnappt, habe ich schon mit Pater Finnegan gesprochen und ein Boot für die Überfahrt geschartert, das uns später heute Abend rüberbringt. Ach du meine Güte, Gentleman, ich muss mich entschuldigen. Ich habe meinen Glauben, der mich beschützt. Passen Sie trotzdem auf. Ich fürchte, auf dieser Insel sind es gerade die unsichtbaren Dinge, die den meisten Schaden anrichten. Zeit der Sache auf den Grund zu gehen, alter Freund. Lara gerade wäre auch ein super Lurky-Mode. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen auf einer random irischen Insel. Inselischen Iren. Was wäre eigentlich hier passiert, wenn Lara einfach zu Hause geblieben wäre? Da übrigens sogar eine halbwegs reparierte Skybox in dem Fall. Echt schön, wie ich finde. Teilweise. Das hier spielt mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz nach der Sache mit Werner. Lara ist... Warte, woher wissen wir eigentlich, dass Lara 16 ist? Ähm, auf jeden Fall spielt das 84 und sie hat den Rucksack, den sie mit Werner erst findet. Also... Ich kann jetzt aber keine Quelle dafür nennen, dass das 84 spielt. Das habe ich nur so im Kopf noch. Ich habe heute Controller wegen Naudi geschrottet. Heute erst? Wir hatten 20 Jahre dafür. Ähm... Was hat die AOD denn angetan? Jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Ich glaube, ich bin hier schon ein Müh zu weit. Letzten Endes liegt da drin ein Secret. Ich glaube, man kann sich von hier aus reinfallen lassen. Das scheint mir jetzt auch der am wenigsten anstrengende Weg zu sein. Ja, gut, tut ein bisschen weh, ne? Aber was soll's. Ich muss aber dazu sagen, ich habe tiefstes Verständnis für alle Controller, die von ihren Meistern zerstört wurden beim Spielen von AOD. Die Steuerung ist eine Erfahrung, die man schnell beendet wissen will. Ja, das ist super atmosphärischer Abschnitt, cooler Abschnitt, schöne Ideen. Ähm... Das hier ist für mich das Highlight von Tomb Raider 5. Und das, obwohl es ein Abschnitt ohne Waffen ist. Nur heute habe AOD erst seit heute. Na. First time. Du arme Seele. Ich werde dich in meine Gebete einschließen. Denkst du, wir schaffen es heute noch bis Prag? Nein, Jebnafri? Denn unser Abenteuer führt uns ja gar nicht nach Prag. Unser Abenteuer endet ja in New York. Haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen AOD. Warum tut ihr denn sowas alle? Und Anniversary geholt für die PS2. Und eine neue PS2 und ein bisschen Kindheit aufzuholen. Oh, ich wünsche dir so viel Spaß damit. Und ja, die PS2-Version von AOD ist definitiv besser, kurioserweise. Bei Anniversary würde ich das jetzt vielleicht nicht unterschreiben. Aber einen großen Unterschied macht es auch nicht. Anniversary auf PS2 kann man sich durchaus geben. Underworld, das ist ein anderes Thema. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich bleibe lieber, wo ich bin. Fürchte nicht dieses hässliche Gesicht. Das ist nur ein Gefäß für meine geplagte Seele. Komm her. Du bist in Sicherheit, solange ich hier hänge, wie ein Stück Schlachtvieh. Wer seid ihr? Wer? Viel wichtiger ist, was ich bin. Für alle Zeiten verdammt zwischen dem Reich der Menschen und dem Elementar gefangen zu sein. Aber ich muss mich beeilen und meine Bitte loswerden. Denn die warten und beobachten mich, um mich wieder in die Finsternis zurückzuzerren. Welche Bitte? Mein Herz, Mädchen. Die haben ein versteinertes Herz zwischen den Wurzeln des Weltenbaumes versteckt. Unter den wachsamen Augen des Drachens. Und ich finde es, mein Kind, und bringe es an seinen rechtmäßigen Ruheplatz zurück. Dann ist dir eine Belohnung sicher. Und warum um alles in der Welt sollte ich euch trauen? Nicht in der Welt, Mädchen. Dazwischen, meine Seele ist fort. Und wie es ihr geht, weiß niemand. Und es kümmert niemanden. Okay, Werner. Ich fand es immer super, dass das einfach dieselbe Stimme wie die von Werner ist. Genau, auf die Frage zu werden von Underworld auf PS2 ist praktisch ein anderes Spiel als die PS3, Xbox und PC-Version. Und, äh, es, ich meine, guck dir Videos an. Du wirst sehr schnell verstehen, was ich meine. Aber abgesehen davon gehen die Tomb Raider-Teile für PS2 eigentlich alle. Warte. Ich habe das Gefühl, mein Strümmer-Sinn klingelt. Uns fehlt hier noch was. Genau, wenn du es irgendwo siehst und jemand gibt dir einen Euro dafür, dass du es kaufst, dann kann man das schon machen. Ich habe übrigens diesen Hang zur Übertreibung. So schlimm ist es tatsächlich nicht. Äh, Lautenaufbau, Hallöchen. Ah, okay, wenn du die Underworld für die Wii sowieso schon holst, dann, äh, ist die PS2-Version da zumindest vom Inhalt her identisch. Jo, mal kurz in den Brunnen fallen lassen. Markus Strümmer-Sinn, den hat er, seit er an einem radioaktiv verstrahlten PC-AOD gespielt hat. Ist nicht jeder PC auf dem AOD installiert, ist ein radioaktiv verstrahlter PC. Der Brunnen verwirrt mich aber auch als Erwachsener noch. Äh, also ich tue einfach immer so, als wäre ich ein Erwachsener. Und... Dieses Unterwasser-Labyrinth, ach, das muss nicht. Du, 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 du. Jo, wir bräuchten dann bitte mal ein Stück, äh, Gummi, das hier, glaube ich, drin ist, ne? Ein Gummiband, genau. Emre, ich dachte gerade, du sagst Hallo und danach zählst du Leute im Chat auf, die ich gesucht hab. Äh, herzlich willkommen. Wo ist dieser Bonjour? Ein neuer Zuschauer, wie schön. Ich gehe dann mal unauffällig, während mich dieser Gnom verfolgt. Wir kombinieren Gummischlauch und Heugabel zu Katapult. Ein bisschen dick aufgetragen, aber okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Lara muss jetzt in den Knast. Wobei sie schon mal versucht haben, Lara im Gefängnis einzusperren. Es hat nicht so gut geklappt. Und dann war da noch diese Episode, wo sie Lara einen Mord anhängen wollten. Und um ihre Unschuld zu beweisen, hat sie erstmal 200 Leute umgenietet. Ähm. Auch das lief nicht so gut. Es gibt hier einen Raum, in dem eine Fackel brennt. Aber da will ich noch gar nicht hin. In irgendeinem der anderen Räume liegt ein Stock. Einfach nur ein Stock. Das ist ein Midi-Pack. Ein Midi-Pack ist als Stock eher ungeeignet. Ich bin nicht schuldig, Ratatatatata. Zünde die Gesundheit an. Nein. Riecht so komisch, wenn man die anzündet. Eigentlich müsstest du Irland auch im Priesterkostüm spielen. Nur wenn du im Priesterkostüm zuguckst. Ähm. Warte, warte. War er dort? Nee. Boah, es ist jedes Mal eine richtige Suche nach diesem Teil. Ich bin auch wahrscheinlich schon an der Hütte vorbei, wo er drin lag. Das wäre sehr typisch. Ich dachte, im ersten Raum war der Stock. Im ersten Raum. Warte, das wäre direkt dieser. Boah, man übersieht ihn aber auch so leicht. So, wir haben ihn. Dankeschön. Das war ein sehr, sehr nützlicher Hinweis. Mit gratis. Stimmt. Das Ding ist halt, die Hand gehört praktisch zur Fackel. Und man sieht, dass sie jetzt denselben Handschuh trägt wie als Erwachsene Lara. Nur halt, es passt nicht ganz zum restlichen Körper. Und an der anderen Hand hat sie keinen Handschuh. Sie kann Fackeln nur mit dieser Hand tragen. Man kennt es. Gewohnheit und so. Woher kommen diese ekligen Geräusche von eben? Das bin ich. Ich kommentiere das Gameplay. Ja, ich wei. So, was haben wir da? Drei von drei Secrets. Ich bin zufriedengestellt. Wir können raus hier. Ich hab alles Secrets. Mach nächstes Level auf. Okay. Da will ich nicht langlaufen. Da geht's runter. Äh, die Wandfackel ist Lara herzlich egal, tatsächlich. Zum Glück, ich wäre so oft verbrannt. Dumm, 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 dumm. Geht wieder schlafen, alte Schlange. Sie ist nur ein Kind und sie wird eure Grenzen nicht überschreiten. Geben so wenig wie ihr die Unsrigen überschreiten dürft. Komm her, falscher Prophet. Es ist leicht, aus der Entfernung tapfer zu sein. Hier bin ich, ihr widerlicher alter Wurm. Und ich habe ein Geschenk für euch. Irgender Priester. Und wenn du bis zum jüngsten Gericht hilft, du wirst trotzdem eine Woche länger brennen, als der Rest der Welt. Eisen. Ich kenne keinen Dämonen, den die Berührung von Eisen nicht verbrennt. Was steckt dir in dem Loch? In welchem? Ach, egal. Viel wichtiger ist, was suchst du hier? Dieser Dialog ist nach wie vor komisch. Wir müssen das auf später verschieben. Jetzt müssen wir dich erst mal in ein sicheres Versteck bringen bis zum Morgen. Mal vorausgesetzt, du bleibst an einem Ort. Ohne Dämonen, was? Na ja, an diesem gottverlassenen Ort kann ich überhaupt nichts versprechen. Ich gehe voraus und leuchte und werde alle unliebsamen Gäste beseitigen. Sobald du draußen bist, geh zur Kapelle, hinter der Brücke. Wir treffen uns da wieder. Hätte ich fast vergessen. Lass dich nicht von merkwürdigen Wesen anquatschen. Falls ich hier noch was rumtreibst, was bei meinen Fähigkeiten eigentlich nicht der Fall sein dürfte, dann nimm Eisen, Mädchen. Benutze Eisen, um sie abzunehmen. Wir sehen uns oben. Halt die Ohren steif. Halt die Ohren steif. Habt noch einen schönen Tag. Warum rede ich weiter, obwohl ich einen Kilometer weit weg bin? Ist mir eigentlich egal. Äh, Patrick. Das klingt wie ein Shitpost, aber der Name des Vaters ist wirklich Patrick. Patrick Schinken. Genau so nämlich. Ähm. Kristallschimmer. Dankeschön für den 49. Recep und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Du, 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 du. Kannst du in das Loch? Oh, ähm, ja, aber das ist langweilig. Also, da ist einfach nur ganz normaler Boden und man, es macht knack. Man kennt's. Also, da ist tatsächlich nichts zu finden. Leere. So ist es. Na ja. Stell dir vor, da wäre ein Secret. Wir könnten es nicht lebendig sammeln. Es wäre traurig. Wir würden alle weinen. Wir würden uns bitterlich in den Schlaf weinen. Jeden Tag. Fuck. Hallo, 61. Genau, das ist dieser komische Eisenschlägel, den wir gesammelt haben. Er ist sehr nützlich. Ansonsten würde man in dieser Cutscene einfach nur Schaden bekommen und käme nicht weiter. Äh, wo befindet sich denn hier? Ach da, der Rausgang. Tatsächlich habe ich vergessen, ähm, wie ich diese Gegner in meinem Let's Play von vor 13 Jahren genannt habe. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Das klingt wie etwas, das ich tun würde. Das ist der komischste Übergang überhaupt, übrigens. Also, das Levelende sah ja überhaupt nicht so aus wie das hier. Ach so. So ist das gemeint. Lara ist durch das Fenster rein. Verstehe ich das richtig? Kam aber irgendwie komisch rüber. Gut, äh, willkommen auf jeden Fall in der Kirche. Es gibt keine Tür. Alle Gläubigen springen immer zum Fenster rein. anche für die Felgen, hier in der Kirche. geirr voyez Johann Gronft stare, wo Launch wird zurück! Vi trickst zuεί. ganza Und jsut in das bei mir避 falls ihr Okay. Freund, ich kann dir das nicht sagen. Ich finde das nach wie vor unglaublich seltsam. So, äh... Tier, Pflanzen, dann die Tiere, dann der Mensch. Ich glaube, das ist was biblisches. Wenn das Rätsel anders gemeint ist, dann weiß ich nicht, worauf es sich bezieht. Aber das ist auf jeden Fall meine Eselsbrücke und das richtige Lösungswort. Die richtige Lösungsreihenfolge. Der Kameramann, ihm ist kalt. Die Pflanzen ernähren die Tiere und das Tier den Menschen. Achso. Ich dachte, das wäre einfach die Entstehungsreihenfolge. So Genesis und so ein Kram. Autsch. Heute wird es... Also wenn es heute bis 0 Uhr geht, dann ist was schief gelaufen. Denn ich denke, wir kommen doch heute deutlich schneller durch. Ola con cola, Hallöchen. Ich hatte irgendeine sichere Methode gefunden. Oh. Vielleicht geht das ja immer. Och, Menno. Wieso kann der so gut zielen? Der hat doch an. Oh. Oh. So, lauschet dem Wort Gottes oder so. Ich raff es nicht. Aber wir haben Knochenstaub aus der Bank gezogen. Gottloops. Autsch. Ist an sich nicht schlimm, dass der mich verwundet hat. Ich müsste nur lebendig durch diesen Raum. Oh. Okay. Weg mit den Skeletors. Wenn man nach dem Einsetzen des Knochenstaubes schnell noch macht, dass man stirbt und dann diese Cutscene, die läuft trotzdem. Und wenn man dann das Spiel wieder lädt, hat man permanent diesen kreisrunden Ausschnitt, den wir gerade in der Cutscene hatten. Bis man das Spiel neu startet. Ich habe keine Lust, das Spiel neu zu starten. Deshalb habe ich es jetzt mal nicht präsentiert. Aber ich finde es irgendwie witzig. Oh. 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 Tadadaa. Secret Nummer eins dieses wunderschönen Levels. Tadada. Fledermäuse, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ja, ich glaube, damals fand ich dieses Level auch ganz fürchterlich. Wenn man die Lösung des Haupträtsels kennt, ist es wiederum ein sehr, sehr kurzes Level. Wie man aber auf die Lösung des Rätsels kommt, ja, das weiß ich bis heute nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann hier einfach rückwärts hüpfen. Das kann ich, wenn ich sterben möchte. Schade. Wieder diese verdammte Tomatensuppe. Mit 30 Mark Lösungsbuch. Ah, okay. Ich verstehe. Die Leute wussten damals noch nicht, dass Holz in Lava brennt. Minecraft war ja noch nicht draußen. Dann einfach ein Stockwerk hoch und das ist dann aus irgendwelchen Gründen die richtige Tür. Und da ist dann ein Hebel, den man aus irgendwelchen Gründen nicht drücken darf. Und wir sammelten das Tomb Raider 5 Lösungsbuch. Nein, eine Tiergeschichte. Ich glaube, das letzte Secret, dafür muss man nichts anderes tun, als hier das ist. zu hangeln, was irgendwie auffällig schlecht versteckt ist, wie ich finde. Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Das ist natürlich richtig allgemein. Das ist echt ein Leuchton. Ein, ein, ein was bitte? Was für ein Buch ist das? Oh, verdammt. Ein, äh, Arista Pax. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Alles gut. Was Gummi schreibt, klingt wie der Plot vom nächsten Hangover. Irgendwo kann man hier... Ja, genau. So, wir haben drei von drei Secreten. Äh, drei von drei Secreten. Weiter. Sekrete, morgens halb zehn in Deutschland. Ich weiß nur, ich habe es schon schwer genug. Auch ohne, dass du mich noch zu Tode erschreckst. Ihr Haar? Was ist mit meinem Haar? Es ist weiß. Hm, ja, das kann schon sein. Ich bin an ein paar unerfreuliche Gesellen von ganz unten geraten, haben mir ziemliche Angst eingejagt. Darum war ich auch nicht in der Kapelle. Aber wie ich sehe, hast du dich ja auch alleine gut beschäftigen können. Aber trotzdem, schaffen wir dich lieber hier raus und in Sicherheit. In Ordnung, junge Dame. Und jetzt werden wir mal einen sicheren Ort suchen, wo wir dich unterbringen können. Bleib hier hocken, sonst rennst du noch in etwas, was dein Haar beis werden lässt. Und das wollen wir doch nicht, oder? Vater, ich habe im Labyrinth ein Buch gefunden. Hast du eine kleine Besichtigungstour gemacht? Ich glaube, ich muss dich an irgendetwas Schweres anketten, damit du Ruhe gibst. Es hat Schutzsymbole. Vielleicht könnten sie es gebrauchen. Danke für deine Fürsorge. Aber der Herr gibt mir Schutz genug. Und damit so ein Pentagramm etwas bringt, müsstest du es aufmalen und dich mitten reinsetzen. Schinken. Und gerade heute habe ich meine ganzen Buntstifte zu Hause gelassen. Und jetzt tu mir einen großen Gefallen und bleib hier hocken. Bevor du noch in irgendwas reinrennst, was größer ist als du. Hocken bleiben, klar. Dankeschön für den lieben Resub, Naberal. Wir müssen uns mitten in Schinken setzen. Und hallo, der epische Flamingo. Sei herzlich willkommen zu Tomb Raider 5. Die Chroniken von Lara. Du sollst doch hocken bleiben. Es gibt... Man kann nicht hocken. Ich kenne die Taste nicht. Tut mir leid. Jetzt muss ich überlegen, was brauchen wir denn? Was sammeln wir jetzt? Das ist alles in diesem Raum, ne? Inklusive Secret, meine ich. Ja. Ich bin da mal kurz vorbeigesprungen, um keine Bösewichte zu spawnen. Gefährlich. Zum Hocken drücke die Hocke-Taste. Oh, verdammt. Jetzt, wo du es sagst. Ich glaube, dass es hier zum Secret geht. Sicher bin ich mir nicht. Ich bereite schon mal etwas Enttäuschung vor. Aber nein. Es ist das Secret. Wo geht es denn eigentlich weiter? Nirgendwohin, glaube ich. Ich finde es immer noch so befremdlich, dass die Main-Umlaute hat. Was? Die alte Kreisle steht da gar nicht mehr richtig. Die haben vergessen, das Kreis-Symbol hinzuzufügen. Schweine. Schweine. Ja, diese beiden Kollegen, ne? Die wollte ich jetzt an sich gar nicht haben. Aber egal. Das Feuer kann ich das einfach kurz anzünden und zu denen werfen. Oh, Junge. Oh, Junge. Wie viel Schaden das alles macht. Oh, Junge. Oh, Junge. Wie lange ging es denn gestern noch? Wir haben pünktlich um 0 Uhr aufgehört. Ähm. Jetzt. Jetzt kriege ich das Feuer da nicht mehr raus. Oh, irgendein Irland-Level habe ich mal Damageless gemacht. Und es war die Hölle. Ich glaube, es war das Erste. Und ich glaube, das Problem war, dass ich auch alle Secrets haben wollte. Und. Äh. Fledermäuse. Kurz gesagt. Ich hatte ganz vergessen, dass... ...dass wir in TH5 Mania auch die tolle Rolle haben. Die sogenannte tolle Rolle. Ich habe was vergessen, übrigens. Ah, wir brauchen noch was. Moment. Och, nein. Entschuldigung. Was ist denn das für ein Safe? Keine Ahnung, was ich da gespeichert habe. Dramatischer Safe. Zuerst ist das Bild leer. Zuerst ist das Bild leer. Und dann... Und dann... Fliegt Lara... Von der Seite ins Bild hinein. Unter einem Sternenhimmel. Und jeder dieser Sterne ist ein enttäuschter Audie-Käufer. Und das wird wunderschön. Na gut. Die Fackel brauche ich ja gar nicht. Wünschst du dir bestimmte Quality of Life Features für die Remaster? Boah, ganz ehrlich, äh... Wenn das Sprungsystem, das Sprung-Timing in Tomb Raider 1 so wäre wie in Tomb Raider 2 und 3 und man die Rolle im Sprung machen könnte, also dieses sich drehen in Tomb Raider 1, glaube ich wäre einer der zufriedensten Menschen. Ups. Und falls jemals ein Tomb Raider 4 und 5 Remaster kommt, andere Seile. Ganz andere Seile. Das neue Steuerungsschema klingt recht nice. Äh... Gibt es jetzt mehr Infos dazu? Blau. Hm. Weiß ich nicht. Aber man kann das neue Steuerungsschema ja einfach mal ausprobieren. Es ist ja sozusagen für lau dabei. Ähm... Die Achievements haben einiges geleakt. Aber darüber möchte ich eigentlich im Chat keine genaueren Diskussionen, weil es sicherlich viele Leute gibt, die die Achievements von Spielen, die nicht mal draußen sind, nicht gespoilert haben möchten. Ja, ja, deshalb. War ein super Larathon und Wochenende mit euch. Danke, Marco. Beste Unterhaltung. Yay! Freut mich, dass es dir gefallen hat. Das sind Worte wahrer Weisheit von Gummi dort. Oh Gott. Ups. Du-tü-tü-tü. Du-tü-tü. Du-tü-tü-tü. Gut, was heißt, dass wir Expansions bekommen? Äh, die gab es ja. Ich hab sie sogar alle schon gestreamt. Ähm... Aber gerade das... Die Expansions zu Tomb Raider 3... Ähm... Die bekommst du heute einfach nicht mehr irgendwo erschwinglich. Schwinglich. Ja, das ist sehr großartig. Fähig. Filono. Herzlich willkommen. Dieser Kameraeffekt. Du, 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 du. Du, du, du. Wer kommt da zu mir als erster Besucher in den 700 Jahren meines Exils in diesem Gefängnis? 700 Jahre? Ganz allein in einer Scheune? Na, die Zeit muss ja wie im Fluge vergangen sein. Ruhe, du ignoranter Heretiker, oder du wählst deinen Kopf. Lass ihn in Ruhe! Das Kindchen hat Mumm! Aber was heißt das schon? Diese ganze Insel ist übersät von den Knochen der heiligen Männer, die mutig hierher gekommen sind, um mich daran zu hindern, mein Reden zu sein. Scheiß Noob! Und dieses Erbe, vermute ich, erklärt auch irgendwie, wieso du hier rumläufst und atmest, wo du doch links tot sein solltest. Dieses Erbe ist das ewige Leben, aufgezeichnet in einer uralten Schriftrolle versteckt von diesem Langweiler von einem Abt und seinen Komplizen. Eine Schriftrolle, deren Magie helles Dämonenblut durch meine Adern jagt. Ich bin kein Mensch mehr! Ich stehe mit einem Bein auf der Erde und mit dem anderen über dem endlos tiefen Schlund der Hölle! Warum bleibst du dann auf dieser Insel? Wolltest du hier nur Urlaub machen, oder hast du dich gleich in die Landschaft verliebt? Halte deine Läster zu dem Zaun, oder ich reiße sie dir raus! Die Beulenpest möge diese Insel und ihre Bewohner heimsuchen! Sie und ihr Packen verseuchte Abt haben mich eine Ewigkeit in diesem Kerker eingesperrt! Ich, Wladimir Kalita, der im ersten Kreml gebetet hat, der an den Ufern der Nähe war, unter Nevskys Kommando die Schweden massakriert hat, eingesperrt in einem Gefängnis aus fließendem... Du sitzt hier in der Falle wegen fließendem Wasser? Dämonen können kein fließendes Wasser überqueren! Genau! Der letzte Trick des Abtes, bevor ich verwandelt wurde! Und du, Mädchen, wirst deinen Weg finden, diesen Sturm zum Versieten zu bringen! Oder der Heilige Mann hier wird aufgeschlitzt und ausgeweidet wie Schlachtvieh! Sonst noch was? Soll ich einen Liter Milch mitbringen oder... Möchst du vielleicht... Salz? Äh, Filono, dankeschön für die 100 Bits! Da verschwinde ich einmal kurz während einer Cutscene und da werde ich beballert! Ähm... Warte... Die alte Mühle... Und... Da... Runter! Das ist übrigens ein Secret! Aus irgendwelchen Gründen! Ein Big Mac, please! Und eine Apfeltasche und eine Pizza Fungi! Bring ich alles mit! Sushi auch noch! Langsam, langsam wird... Döner, por favor! Okay, wir haben zweimal Sushi, einmal Döner, einmal einen BH... Ähm... Das ist eine wilde Einkaufsliste, aber ich werde mal gucken, was ich davon bekomme! Guten Abend! Jetzt muss ich trotzdem mal was fragen! Ist Verdelet der Typ, der am Baum hängt? Wie erfährt man das? Ähm... Ich glaube, das sind zwei verschiedene... Also das Spiel suggeriert das ja nicht direkt! Der Typ, der am Baum hing, sah ja ganz anders aus und... Und... Werner wollte ich jetzt schon sagen, ähm... Patrick hat ihn ja zurückgetrieben in diesem Loch! Ich glaube, das sollen... Sollen praktisch drei unterschiedliche kleine Gruselgeschichten sein! Wir haben ja auch noch den Geist in... In dieser Kapelle im vorherigen Level! Da wird ja auch nie was aufgeklärt! Und dann haben wir hier zum einen den Reiter und dann diese Seehexe... Einfach eine ganze Menge kleine gruselige Figuren zusammengewürfelt! Aber ich glaube, das hängt nicht direkt zusammen! Ich glaube, man muss da jedes Level als so eine Einzel-Episode sehen! So, die Seehexe, der haben wir jetzt eine Münze geklaut und sie in den Gefängnis gelegt! In den Käfig! Ist eine Menge los auf dieser Insel! Oh, du scheiß Noob! Oh! Oh, du scheiß Noob! Ah, die ist tot jetzt. Was haben wir denn da? Zwei von drei. Voll schön, die Griffe am Kran. Dass die Griffe am Kran direkt Gnomengröße sind. Und ich denke, die Gnome haben dort einen Kran gebaut. Das ist richtig. Das da ist... Diese Ecke dort ist nach wie vor so verwirrend. Du springst so da rein. Warte. Du kommst so raus. Es gibt diverse Stellen, wo man hier unangekündigt teleportiert wird. Denn da ist ja nichts. Aber die hier finde ich besonders offensichtlich. Ich habe erst Normengröße gelesen und dachte, ja besser ist das. Die muss ja wer bedienen. Der 2D-Fluor. Ja, der ist auch besonders belastend. Und da sind noch mal diese verdammten Flederlinge. Diese Schmettermäuse. Äh. Ups. Der Schwung ist schon sehr cool. Es ist, äh, schade, dass es... Also zum einen das Spiel hat ja schon ein Tutorial und das ist ja eine völlig neue Mechanik. Es ist schade, dass die einem nie näher gebracht wird. Und es ist fast ein bisschen schade, dass... die... so selten vorkommen. Oh nein, nicht der Cousin Dracula. Äh, Dracula. In welchem Alter hast du mit dem Gaming eigentlich angefangen? Uh, das ist Ewigkeiten her. Ich war noch sehr jung. Äh. Ich glaube 97 sogar das erste Mal Tombäder 1 dann. Was? 17? Nein. Äh, 5 oder so. Ähm. Scusi, Scusi. Ja, ich verzeihe dir ja schon. Man war quasi noch ein Kind. Nicht nur quasi. War definitiv noch ein Kind. So, das ist das letzte Secret. Quasi schon seit man denken kann. In meinem Fall vielleicht sogar bevor ich denken konnte. Ähm. War sicherlich kein sehr kluges Kind. Äh. Aber ja, das war auf jeden Fall eigentlich schon immer ein Teil von dem, was ich so gemacht habe. Ich kann mich an kaum einen Zeitpunkt in meinem Leben erinnern, wo ich da saß und mir denken konnte, mit Recht denken konnte. Ja, nee, Gaming, das ist nichts mehr für mich. Das mach ich nicht mehr. Und das ist einfach nie passiert. Ich bin jetzt eins großer Bub. Schönen guten Abend, Eddie. Ups. Da wollten wir nicht hin. Ich vergesse immer, wie das hier aufgebaut ist. Äh. Da und dann da. Genau. La, 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 la. Der Himmel. Ja, der, der Himmel. Ja gut, die Kamera ist gerade forciert. Aber der Himmel sieht hier echt schön aus. Ich bin in den Tod gesprungen, um euch den Himmel zu zeigen, wie Ramon tisch. Ähm, Lara, möchtest du bitte Dankeschön. Dankeschön. Der Graswachs-Simulator. Oh, das Kind hat seine Aufgabe gut erledigt. Zum ersten Mal in Äonen koste ich den süßen Geschmack von Freiheit. Fürchtest du mich jetzt nicht? Du hast deinen Zweck gut erfüllt. Soll ich deswegen Gnade walten lassen wie ein wohlmeinender Gott? Das wäre nett, aber ich rechne nicht damit. Doch, ich werde dich verschonen, weil dich dann ein Schicksal erwartet, das viel schlimmer ist als der Tod. Denn wenn du aus dieser Welt scheidest, wirst du im Himmel nicht mehr willkommen sein, weil du nämlich einen Dämonen freigelassen hast. Mein Glauben wird mich vor geringen Dämonen wie dir beschützen. Vater! Das Mädchen. Ich werde ihr Leben wie eine Kerze auspusten. Das Buch aus der Bibliothek. Die Namen. Lies die Namen vor. Askaroth. Arquiel. Aracula. Belial. Bukon. Beleth. Hilf mir! Lies weiter, Mädchen! Du hast es gleich! Kemos, mach's die Fall! Werde, Letz! Was ist das? Ich will zuschlagen, aber ich kann nicht! Gut gemacht, Mädchen. Und bevor du fragst, das Buch, das du gefunden hast, ich hatte selbst danach gesucht, konnte es aber nicht finden. Ich habe einfach angenommen, dass du es hast. Nur zum Glück hatte ich damit recht. Aber wie? Wenn du einen Dämonen beim Namen nennst, hast du Macht über ihn. Und du hast seinen Namen genannt. Er gehört dir, Lara. Oh, dafür werdet ihr in der Hölle schmoren für alle Zeiten. Ich werde euch mit euren eigenen Eingeweigen erdrosseln. Und dann quetsche ich! Ach, halt die Klappe. Was hältst du davon, wenn wir diesen gottverlassenen Ort dem Rücken kehren und nach Hause gehen? Ach, fast hätte ich es vergessen. Willst du unserem kleinen Freund dahinten nicht Lebewohl sagen? Zurück, wo du hingehörst. Und ich glaube, dass du dabei ein paar wertvolle Lektionen gelernt hast. Das sehen Sie völlig richtig, Pater. Das wäre nett, aber ich rechne nicht damit. Der Weg, den sie gewählt hat, war der Weg, den sie liebte. Und darüber sollten wir uns freuen. Nicht trauern. Allerdings sorge ich mich um von Croy. Er wird von Dämonen fast zum Wahnsinn getrieben, tief in seinem Inneren, um endlich ihre letzte Ruhestätte zu finden. Er wird selbst nicht rasten nach Ruhm, bis diese Aufgabe erfüllt ist. Ah, das berüchtigte Trophäenzimmer. Und Sie, lieber Winston, machen nun sicher die erforderlichen akrobatischen Kunststückchen, damit wir da reinkommen, ja? Miss Croft genoss ihre kleinen Spielchen sehr. Und hier ist es, Gentlemen. Das Artefakt, das zu der Feindschaft zwischen Miss Croft und von Croy führte. Und damit letztendlich zu dieser schrecklichen Situation. Okay, Schönheit, aus deinem Schweigen schließe ich mal, dass du in Position bist. Direkt vor dem Werk der Von Croy-Industrie, richtig? Mit unserer kleinen Trophäe darin, der Iris. Bestätigt. Also, das ist doch deine Stärke, oder? Zeit, das Dach zu wechseln. Das Dach wechseln, das sagt sich leicht vom Erdgeschoss aus, oder? Klappe zu und keine Sprüche, sonst schickt sie dich in die Küche. Los, Mädel, Abflug. Schön weg. Lara? Bist du da, Lara? Wenn man sich mit diesen verrückten Bretten-Tussis einlässt, hörst du mich? Bretten-Tussi. Ha, Mann, das war ein Knall. Was zum Henker ist passiert? Vergiss es, Yankee-Fatzke. Ich geh jetzt rein. So, und damit willkommen im finalen Abschnitt von TR5. Okay, mal sehen, was wir da haben. Folge dem Schacht bis zum Hauptkorridor. Du bist im 13. Stock angestiegen. Soll manchen Leuten ja Pech bringen. Ja, denen zum Beispiel irgendwelche Begrüßungskomitees? Das ist deine Arbeit, Mädel. Ich bin kein Superheld mit Röntgenblick. Das ist mir auch schon aufgefallen. Eines Tages wirst du dir mit deinen scharfen Sprüchen mal die Zunge abschneiden. Denk daran, der Schalldämpfer an deiner Heckler wirkt nur bei Einzuschüssen. Und je weniger Aufmerksamkeit du erregst, desto gesünder. Klaro? Danke, aber daran hatte ich auch schon gedacht. Ich will nur sicher gehen, dass du nichts übersiehst. Genug gequasselt. Sag mir Bescheid, wenn du was entdeckst. Tja, könnte etwas höflicher sein, das Mädel. Also in den nächsten 365 Tagen kommt nochmal der Naraton. Äh, ich mache das jährlich. Immer am ersten Samstag im Februar. dieses Jahr 2024 ist da nichts geplant. Ups, ja, stimmt, hier fehlt die Rollenanimation, ich vergaß. Ich glaube, das ist der SIP von TR Legends. Arbeitet. Da ist mit Sicherheit keine Rüstung für Zivilisten. Da kann ich kaum widersprechen. Und die Waffen? Also mein Bild ist nicht scharf genug für eine genaue Analyse, aber ich würde sagen, das sieht nach Niedrigfrequenzlasern aus. Geringe Reichweite. Aber wenn du den Dingern ins Schussfeld rennst, dann können sie dich in einem Plastiksack vom Spielfeld tragen. Ich verstehe, was du meinst. Äh, genau. Was, alles, was SIP sagt, stimmt natürlich. Wir sollten darauf verzichten, in direkte Konfrontation mit diesen Typen einzugehen. Und es ist soweit, Leute. Es ist 20 Uhr. 26 Stunden läuft der Larathon schon. Beim ersten Larathon hatten wir Schinken. Ja, das auch. Aber beim ersten Larathon hatten wir zu diesem Zeitpunkt den Tempel von Karnak in Tomb Raider 4 erreicht. Und jetzt tanzen wir einfach schon im VCI in Tomb Raider 5 herum. Ähm, Kalmux, Dankeschön für den 34. Resub. Bei diesen abgehackten Soundfiles bekommt man den Eindruck, das Level wäre nicht fertig geworden. Ach, Quatsch, Lord Norfolk. Wie kommst du denn darauf? Ähm, der Larathon war mega toll, ein super Wochenende. Yay! 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 So, irgendwo hier sollte es einen Hammer geben. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir den Hammer wirklich brauchen tatsächlich. Aber, falls, falls Nagel kommt, ist es immer gut, einen Hammer dabei zu haben. Freut mich sehr, dass es euch gefallen hat. Ich fand diesen Larathon auch sehr cool. Stop Hammer Time. Da ist er ja. Wir sind noch nicht fertig. Äh, ja, Moment. Bevor sie jetzt alle den Saal verlassen, erst mal, wir haben Tüten, in die das Popcorn kommt, was übrig bleibt. Ähm, die Verpackung meine ich. Nicht das Popcorn selbst, mein Gott. Äh, Autsch. Außerdem, wir haben ja noch drei Level vor uns. Niemand, niemand verlässt das Lokal. Da habe ich ja Glück, dass ich das noch mal gesagt habe. Äh, Vergangenheitsmarko ist noch in Irland. Okay, also selbst Tomb Raider 5, äh, ist dieses Mal schneller gelaufen. Nicht ganz so krass wie bei TR1, aber doch schon ein wenig. Unnötiger Schaden ist in dem Level sehr unangenehm. Wenn der Herr das so will, Lord Norfolk, haben sie doch etwas Geduld. Ich werde mich sicherlich morgen früh auf den Balkon stellen und dem Volk meinen Streamplan verkünden. Volk von Rom. Dienstag ab 14 Uhr. Oh Gott. Oh, ihr seid, die beiden sind aber, da frage ich mich gerade wirklich, das ist ein bisschen cheap. Ähm. Oh, okay. So geht es hier. Und auf der Straße steht ein Marktschreier. Es ergeht auf Geheiß von Marconius Schinkenius. Folgenders Dreamplan. Wow. Wenn sich da auch nur eine Spinnerin verirbt, ist die Toast. Und, wie kann ich das abschalten? Mach mal kurz Teatime, Herzchen. Ich arbeite dran. Und mit sowas muss man arbeiten. Beschwer dich lieber nicht. Ich bin dein Auge und dein Ohr. Dann hätte ich kein mehr davon und weniger von dem Mund, der da so dumm rumkommt. Ich glaube, dafür ist das gute Hämmerchen. ersparen wir uns direkt eine kleine Konfrontation. Purik, sei herzlich willkommen. Ich glaube, das Timing war so ziemlich ideal. Jo. Kein Schaden davon, sehr herangenehm. Das laut Norfolk ist sehr gut möglich. Man sieht seine, man sieht seinen eindeutigen persönlichen Stil. Wie viel Luft muss denn durch diesen Schacht passen? Ja. Ähm. Was heißt eine Menge Geld verdienen? Von Croy hat ja unter anderem die Iris gefunden. Und wir werden später noch herausfinden, was dieses Ding kann. Aber wenn du so etwas hast, dann kriegst du Investoren. Also das muss nicht mal sein Geld sein, das hier in Von Croy Industries steckt. Steckt. Weißt du, gerade bei so einem U-Boot das ja nun allgemein man baut es ja eher sehr eng. Investieren in Forschung. In Forschung an genau diesem Artefakt. Die müssen ja auch gerade nichts mehr ausgraben, denn sie haben ja das Artefakt und wenn wir gleich sehen, was das Artefakt kann, werden wir auch verstehen, warum das ein ziemlich großes Ding ist. Ob Werner jetzt darüber hinaus im Allgemeinen abgesehen von den Sachen, die wir in Tomb Raider 4 erfahren, überhaupt noch nach weiteren Dingen sucht, ich glaube das erfahren wir nie. Oh hi, wer bist du denn? Ich glaube wir wurden ertappt. Ergott, Vianna. Ein sehr schickes Apartment, in der Tat. Ich riskiere es mal. Wir haben recht viel Schaden bekommen. Der Rest des Levels wird hoffentlich nicht unangenehm. Es kommt zumindest noch eine Stelle, die unangenehm werden könnte. Schauen wir mal. Nein, 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 das ist ein anderes Level, aber wegen dem Secret. dieses dämliche Seil mit den dämlichen Explosionen. Ist das dieses Level, wo er genau das ist es. So, du müsstest Secret zwei von drei sein. Richtig. Autsch. Das ist alles schon schmerzhafter, als ich es mag. Dann nicht, Lara. Da brauchst du jetzt aber ein paar hinterhältige Hackentricks, um an dem Torwart vorbeizukommen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Irgendwas, um ihn abzulenken? Klar, hier habe ich gleich einen Riesenvorschlag. Such dir lieber einen anderen Ausgang, weil du nämlich nicht wirklich wissen willst, was passiert, wenn du den Hulk sauer machst. Hilfreiche Informationen, wie immer. Sein Gesicht ist nicht gepanzert, oder? Dann ist das deine Chance. Du bist eine hartgesottene Lady, dir fällt schon was ein. Und wofür genau bezahle ich dich? Für mein außergewöhnliches Wissen über Sicherheitssysteme und für meine unerreichte Geschicklichkeit darin, sie zu knacken. Nicht zu vergessen meine suchtbildend sympathische Persönlichkeit, Schätzchen. Doch, ich glaube, die vergessen wir lieber. Nein, die No-Loads Challenge in diesen Abschnitten habe ich noch nicht geschafft. Aber das ist ja unabhängig vom Laraton. Der Laraton ist no heal all secret. Glücklicherweise ist der Laraton nicht No-Loads. Einmal ins Gesicht schießen, bitte. Bei ihm dasselbe. Noch jemand ohne Fahrschein? Nein. Okay. Möchte noch jemand Radau machen? Natürlich, Lord Norfolk. Natürlich. Jetzt machen wir uns drüber lustig, aber so wie die Dinge laufen, irgendwann sind wir soweit. du willst du willst es doch auch. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee. Irgendwie glaube ich eher nicht, dass ich das will. Brauchen. Brauchen. Nacken. Äh, Typ? Möchtest du mal vorbeikommen? Nein? Okay. Krasse Nacken. Klettere in den Luftschacht und während du dich da durchquetscht, könntest du ja mal in Ruhe darüber nachdenken, was du da gerade hast. Wir müssen den Forscher an dieser Stelle töten, wenn wir das letzte Secret haben wollen. Und jetzt kommen ein paar Konfrontationen. Ich wollte gerade die Frage stellen, ob es vielleicht sogar lohnenswert sein könnte. Ja, nicht während dieses Ding auf uns schießt. Ganze Shooter-Skills hier auspacken jetzt. Ja, das ist gut. Was heißt Shooter-Skills? Ich stehe hier und campe. Okay. Äh, Hallo, Driss, Mario. Ja, wir haben überlebt. Du Camper! Ich mach mir ja nur Urlaub. Und hallo? Empty. die Lebensenergie reicht ja wohl locker. Gewöhn dich schon mal dran, mit dem Leben halb rote Alarm zu machen. Ja, ne? So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall drei von drei Secrets. Genau. Taktisches Warten. Dramatische Musik, der einem nicht sagt, was eigentlich abgeht. Das ist sie, die Iris. 2D-Flur. Ich liebe ihn. Diebstahl. Was? Ich hab mir das nur gebrockt. Du warst ein ungezogenes Mädchen, aber bevor ich dir sage, was deine Strafe ist, will ich dir nur mitteilen, dass du gar nicht zu widersprechen brauchst, weil ich nicht zuhören werde. Also, nimm all deine Metallgegenstände, ja, Waffen sind auch aus Metall, und leg sie in den Behälter, sofort. Du willst also ernsthaft, dass ich mich selbst entwaffne, obwohl ich es hier vor Wachen nur so wimmelt? Wenn ich überhaupt zuhören würde, was ich ja wie gesagt nicht tue, dann würde ich dieses Argument damit entkräften, dass ich der betreffenden Person sagen würde, dass ihre wunderbaren Waffen gegen drei Meter große wandelnde Panzer sowieso herzlich nutzlos sind. Aber da ich ja nicht zuhöre, sage ich natürlich gar nichts. Ich tue es, aber wenn du das vergeigst. Okay, ich höre wieder zu und vertraue mir, ich werde das nicht vergeigen, okay? Habe ich denn ne Wahl? Na gut. Was muss, das muss wohl. Bavidi Kadivi. Ah, das Level war auch schon bereits mit dem Lebensmanagement ein bisschen toxisch, ich erinnere mich. Toxisch. Ich überbringe ja ungern schlechte Nachrichten, aber die Treppe scheidet aus, sofern du nicht schussfest und kugelsicher bist und das bist du nicht, oder? Und der Aufzug? Naja, die Aufzüge führen nach unten. Wenn man irgendwo abhauen will, ist es da nicht eigentlich üblich und clever, sich in Richtung des Ausgangs zu bewegen, sagen wir mal zum Dach. Nein. Niemand würde jemals Niemand würde jemals sich in Richtung Dach bewegen. Nein. Dü-Dü... Ich glaube, jetzt haben wir auch wieder eine Rollenanimation, oder? Ja, wunderschön. Hallo, Karel, herzlich willkommen. Wie ich da früher an der Stelle... Das Witzigste überhaupt ist, die Klos sind das Einzige in diesem Gebäude, oder nein, aber fast das Einzige, das überhaupt mit einem Passwort geschützt ist. Ich nehme das mal als Kompliment. Und wir spechern. Wir haben das erste von drei Secrets in unseren Besitz gebracht. Pausenzeiten müssen erfasst werden. Ach so. Einmal dort nach oben, bitte. Aber sehr schön in der Ecke gelandet. Würde sagen, neun von zehn. Zerstört Lara eigentlich das gesamte Gebäude auf ihrem Trip? Ähm, nein, sie ist vorsichtig und das betrifft nur ein paar Stockwerke. Ähm. Der Aufzug steht doch. Das sieht man hier oben. Äh, egal. Ach so, ja, der soll auch stehen. Das ist ja nur der Türöffner wahrscheinlich. So, da liegt Munition. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie man an ihm da vorbeikommt. Aber... Wir haben ja eh gerade keine Waffe. Wir haben ja eh gerade keine Waffe. Rechtzeitig. Die lebt noch. Die brauchen nur ein Pflaster. Gut. Machen wir das mal anders. Geht das so, oder brauchst du ein Kühlpaket dafür? Lara, hör zu mir. Lara, Lara! Bist du okay? Du bist doch nicht etwa tot, oder? Komm schon, Mädel, antworte mir! Ah, das gibt bestimmt blaue Flecken morgen. Ich wusste doch, dass so ein kleiner Sturz dir nichts anhaben kann. Chris, wie hattest du hier eine Waffe? Ping! Erdgeschoss, wild herumballernde Bösewichter, Eisschranktypen und langes Treppensteigen. Stimmt, Mädel, richtig geraten. Aber dafür bist du doch ziemlich unversehrt, oder? Hab mich nie besser gefühlt. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ach, Chloroformier, das kann, das kann sein. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Bernie! Happy Birthday to you! Warum sprengt sich der halbe Chat weg? Vor Freude! Party! Ups. Da wird auch gegrillt, zur Feier. Oh, wir sind in der Zeit. Wschelfen. Ja. Okay. Ich fühle mich ein bisschen. Danke schön. Ich fühle mich alle, weil es nicht so weit ist. Jemand muss in den Wagen... Was? Verstehe nicht, was dieser Chat gerade tut. Ich werde mal versuchen zu verstehen, was Lara gerade tut. Ähm... Da steht Jägermeister oder so. Brauchen wir nicht. Ähm... Einen von drei Secrets, denn das zweite ist... Da erst. Okay. Warum denn so viel Stress? Sir, erklären Sie bitte den Stress. Oh, hier ist nix. Fuck. Ähm... Dann nicht. Au. Ja, das ist richtig doof. Wann war der Safe davor? Eine ganze Minute, was? So, wir bräuchten es mal, dass der das Glas aufschießt. Das ist ein echt unangenehmes Secret. Kostet ein bisschen Leben. Und das muss mit weniger gehen. Das muss mit... Deutlich weniger gehen. Wie hat der denn so oft getroffen? No Damage Run ist eine absolut grausame... Qual. Weil es ist halt reiner Zufall. Natürlich. Ja, natürlich hast du mich jetzt noch getroffen. Autsch. Der saugt halt an unserem Lebensbalken, als wär's ne Capri-Sonne. Es ist furchtbar. Oh! Warte mal. Er fängt an zu schießen, wenn er ganz nah ist. Ja, das ist was Persönliches für ihn. Oh! Oh! Okay, okay, okay! Hey! Hm! Zum Glück schießt jetzt niemand mehr auf uns! So stelle ich mir das vor, wie Tieny manchmal mit ihren Bits snipet. Du hast Pasta-Pizza! GG! Habe ich neulich zum ersten Mal gegessen. War scheiße! Aber freut mich, dass es dir schmeckt! Meins war es wahrlich nicht! Pasta-Pizza ist geil, Mann! Ich mag die Kombination nicht! Also beides einzeln liebe ich. Die Kombi ist doof. Muss man mögen, ich steh voll auf die. Dann guten Appetit! Autsch! Hört auf auf mich zu schießen! Gibt's doch Geschmackssache! Normalerweise hört der Sniper-Typ hier auf, auf dich zu ballern. Aber da ich das mit der Pasta-Pizza grad gesagt hab, drehen wir nochmal ne Ehrenrunde. Ciao Lampi! Gute Nacht! Und... Hat mich gefreut, dass du da warst! Oh Gott, wir haben's! Ich glaub's ja kaum. Drei von drei Secrets in diesem Level damit. Hier ist der Boden tödlich, bis das Wasser ausläuft. Wir müssen also erneut darauf warten, dass jemand in unsere Richtung schießt. uns von ihm treffen lassen und dann weglaufen. Hey, du machst das ganz toll, Mädel. Aber warte mal eine Minute, ich muss was checken. Sie... Sie arbeiten sich mit Schweißbrennern durch die Tür. Ja, ja, Moment. Ich hab's! Oben in den Raumecken, Bewegungsmelder. Reagieren auf schnelle Bewegungen. Also mach schön langsam. Na, worauf... They're using welding torches. No Damage. Also generell, immer wenn ein Gegner auf dich schießt, kann es sein, dass er verfehlt. No Damage dürfte also möglich sein, aber purer Zufall. Ganz viel RNG-Manipulation würde ich schätzen. Ganz viel immer wieder laden, bis man mal nicht getroffen wird. Ich weiß jetzt grad gar nicht, ob ich wieder laufen darf. Nein! Die Antwort kam schnell. Okay, hier geht's wieder. Äh, das ist bestimmt die richtige Kiste. Oh, cool. Okay. Dieses Gestampfe verunsichert mich. So, das ist eine Teleporter-Discount. Und mit Hilfe des Artefakts, das wir haben, können wir halt einfach mal einen Teleporter bedienen. Und ich glaub, die Tatsache, dass sie an fucking Teleport-Technik arbeiten... Das ist der Grund, warum jemand in von Croy Industries investieren würde. Äh, Dante, dankeschön für den Raid. Willkommen zu den letzten Atemzügen, zu den letzten Leveln von Tomb Raider 5. Die Chronik. Die Chroniken von Lara. Hä? Hä? Ah! Also schön. Du gehst jetzt am besten so in Position, dass du die Tasten im Blickfeld hast. Denn jede dritte oder vierte Runde kommt unser wandelnder Kühlschrank vorbei und gibt den Code ein. Was du nicht sagst. Tja, Baby, mit mir hast du einen echten Glücksgriff getan. So kann man das auch sehen. Ohne mich, Lady, wärst du längst ein vergessenes Stück Fleisch, das mit seinen zartesten Teilen an irgendwelchen Metallspießen in einer Fallgrube rumhängt. Irgendwo kurz vor dem Arsch dieser Welt. Verlockende Alts. Verlockende Alts. Verlockende Alts. So, man kann an dem Typen vorbeischleichen. Hallo. Speichern mal. Nein, ich wollte doch jetzt... Ja, die Tür ist ja schon offen. Das hat er bestimmt nicht gehört. Ich hab vergessen, wo ich hin muss. Huiiii! Jei! Eine Hüpfburg! Da! Dieser Schalter. So, Röntgen deaktiviert, raus hier. Willkommen zurück, Andrea. Und das alles, dieses komplette Level inklusive mehrerer, nein, zumindest eines explodierten Aufzuges. Entgleisten Aufzuges. All das haben wir getan, um hier mit der Waffe durchzukommen. Und die Waffe brauchten wir auf unserer Flucht unbedingt, um diesen Feuerlöcher zu zerstören. Und das war's. Und das war's. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Den letzten optischen Kontakt hatten wir im Eingangsbereich, Sir. Den letzten optischen Kontakt? Ihr Idioten habt sie also wirklich wieder verloren. Sucht sie! Sofort! Alle Ausgänge sind blockiert, kein Grund zur Besorgnis also. Haben wir sie schon identifizieren können? Nur visuell, Sir. Geben Sie sich keine Mühe. Ich weiß, wer die Dame ist. Lara Croft. Ah, deine Vergangenheit holt dich wieder ein, Wärmer. Egal, sie wird uns nicht entwischen. Geben Sie Alarm für den gesamten Komplex. Ich glaube nicht, dass das ein Butler sein soll oder sowas. Die wirken eher wie sozusagen auf gleicher Stufe. So beschwichtigend und, äh, von, ein bisschen von oben herab, wie er ist. Auch er ist von oben herab gefallen. Ähm, was uns zum Vorteil gereicht. Der Aufsichtsrat. Oh nein! So, in diesem Level ganz wichtig, mehrere Savegames benutzen. Damit man nach dem Durchspielen alle löschen kann. Der Anwalt. Der Anwalt. Ich vergaß. Da war ja was. Ich vergaß. Das Ding ist, ähm, da sie das ja nie geleakt haben, also nie, wir haben ja keine offizielle Aussage, glaube ich, wer das sein soll. Ich glaube, wir werden das einfach nie erfahren. Ich denke einfach, dass es ein Typ, der Werner verfolgt, seit er ihm damals sein Fahrrad sich ausgeliehen hat und es kaputt gegangen ist. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Wusste ich doch, dass dein Kopf mehr zu bieten hat, als nur ein hübsches Gesicht. Versuch's mal mit der Infrarotbrille. Die Infrarotbrille ist tatsächlich recht nützlich. Was mindestens genauso nützlich ist, ist dies Ventil. Ich mag es aber, wie wir das Gerücht streuen, dass das Werners Mann ist. Ich würde, würde einfach ab jetzt bei dieser Version der Story bleiben. Oder hat Werner irgendwann mal einen Sohn fabriziert? Werners Mann ist sein Sohn? Das wird immer seltsamer. Sein Klon sogar! Werner hat als Sohn einen Klon, der auch sein Mann ist. Selbst Achtball sagt das. Alabama von Croy. Oh! Warte mal, kann ich hinter dich hüpfen und dann bin ich voll cool? Äh, was ich aber, was besser funktionieren sollte, ist das hier. Angriff der Sohnkrieger! Bei diesem Gebär, das ist ein bisschen das Problem, dass man sich so sehr daran gewöhnt, dass man halt theoretisch viele Gegner onehitten kann. Dass man ganz vergisst, dass man auch immer noch um sie herumhüpfen kann, wie in allen anderen Teilen. Oh, das ist jetzt peinlich. Folgt meinem Channel für mehr Aufzug-Benutzungstipps. Ähm... So, wir haben hier Munition. Und in diesem... Oh mein Gott, man könnte die Cutscene in TR-View öffnen und gucken, wie der Typ heißt. Doch, Lara. Das weiß ich nicht. Dachte, du weißt das, du bist doch immer so schlau. Jetzt heißt der... Jetzt heißt der irgendwie Old Guy oder so. Äh... Ich wünsche dir Schinken und außerdem eine gute Nacht. Freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat. Ähm... Und Universary Gaming, danke schön für deinen 85. Resub. Das ist in der Tat sehr viel in Jahren. Äh... Denn 5 Jahre wären ja 60 Monate. 6 Jahre sind 72. 7 Jahre sind 84. Das sind 7 Jahre und einen Monat. So, hier muss man... Schnell sein. Wir waren nicht schnell genug. Deshalb wird Gift in diese Kammer geleitet. Und wir werden elendig verrecken. Macht nix, wir können laden. Ähm... Wenn man allerdings schnell genug isst, bekommt man ein Secret. Verdient, ja. Sag ich auch immer. Ups. Ich kann hier nirgendwo raus. Ne? Ne. Wie gesagt, wenn es... Wenn wir es richtig machen... Ich glaube, auch dann wird Gift in die Kammer geleitet. Aber wir können die Tür öffnen. Das ist Wladimir Kalita. Nur ohne Hilfe. Ach, da kommen zwei weitere. Ups. Ja, gut. Das... Dann war das wirklich verdient. Das war jetzt aber tatsächlich zu langsam. Das war halt auch zu langsam. Also das ist wirklich knapp. Oder Sprengbolzen für so eine Armbrust wären jetzt cool. Ich glaube, sobald die über die erste Linie da hinten sind, ist es vorbei. Gute Nacht, Zul. Guten Abend, bin ein Neuzugang. Hallo Neuzugang. Sei herzlich willkommen zum... Zum Finale von Tomb Raider 5. Oh, nein! Da kommen doch noch welche. Ich bin so doof manchmal. Wenn man mit der Maus zielen könnte, wäre das auch schon bedeutend leichter. Wieso schieße ich eigentlich immer auf die Köpfe? Ich habe ja eigentlich viel mehr Spielraum, wenn ich auf Brusthöhe bieße. Ich habe ja eigentlich viel mehr auf die Köpfe. Was passiert denn da? Ach, da kommt nochmal eine Dreier. Oh Gott. Ich glaube, so schlecht hatten wir das noch nie. War zu langsam. Oh mein Gott. Raus hier, bitte. Dankeschön. Wir speichern das dann mal. Dankeschön. Das hat viel zu lang gedauert. Und diese Art von Vergiftung, das ist mehr so ein, so ein, auf jeden Fall verschwindet das von selbst. Anders als normales Gift. Keine Ahnung, was das eigentlich genau sein soll. Das war für Secret, richtig. Es müsste Secret Nummer 2 von 3 sein. Ja. Der zweite Schießstand, der schwierige, war für das Secret. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Wenn man das Spiel einfach nur durchspielen möchte, muss man sich das nicht antun. Also ich glaube, hier wechselt man dann auf das Autofeuer wieder. Der nächste Kampf wird da... Doch, Lara. Der nächste Kampf wird damit eindeutig angenehmer. Ja. Munition hast du nicht dabei. Okay. Und es ist der Fanghakenwerfer. Der Fanghakenwerfer wirft Fanghaken. Und diese Fanghaken, da kommen Seine raus. Was an sich eigentlich schon mein persönlicher Albtraum ist. Aber wir brauchen diese Seine. Was den Albtraum noch schlimmer werden lässt. Fanghakenwerfer. Fanghakenwerfer. Ach, der Fanghakenwerfer. Sehr schöner Emote, BTV. Sehr schönes Emote. Und jetzt den wunderschönen Weg, weil es so viel Spaß gemacht hat, nochmal zurückkurs. Das ist vollkommen richtig, Monkey Magi. Warum bloß? Dabei machen Seine in Tomb Raider doch so viel Spaß. Und jetzt den wunderschönen Weg, weil es so viel Spaß gemacht hat, nochmal zurückkursen. So. Diese Laserschranken haben immer so ein Timing, wo die kurz verschwinden. Und ein zweites, wo sie länger verschwinden. Das da ist jetzt nur angetäuscht. Ja. Und jetzt verschwinden sie länger. Das fünfmal hintereinander. Einmal im Leben habe ich dieses Spiel ohne, dieses Level ohne zu speichern bisher durchgespielt. Ich will das eigentlich nie wieder machen. Aber ich bin gerade dabei, es wieder zu machen. Nicht jetzt gerade, aber außerhalb des Larathons. Es ist der Vater. Ohne Kontext ist das witzig. Okay, der Typ ist der Vater. Woher weißt du das? War ein bisschen schnell für einen Vaterschaftstest. Mit seinem Kind. Tomb Raider Vicky. Ja, Tomb Raider Vicky ist leider oft so ein bisschen, trust me bro. Also was heißt, es ist trust me bro. Es ist halt ein bisschen, ein bisschen doof, oft keine Quellen dann zu haben. Da fällt es einem dann teilweise schwer zu sagen, ist das jetzt wirklich so oder ist das Fanfiction? Letzten Endes. Weil ChatGPT immer die Antwort weiß und immer die Wahrheit sagt. Apropos ChatGPT. Hallo Kyoto Käse. Herzlich willkommen. Jenny, das frage ich mich halt auch, aber Also, das frage ich mich halt auch, ich glaube, ich glaube, ich habe esforden. Hüah! 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 Der letzte Mal kommt zurück, um dich zu hauen, Werner, foolish boy. Ja, nur weil er, weil er ihn boy nennt, muss er ja nicht der Vater sein. Angenehm. Okay, dann, wenn das im offiziellen Twenty Years of Tomb Raider Buch steht, dann ist das schon ne bessere Quelle. Dann wissen wir jetzt Patricks Nachnamen. Dachte es wär Star gewesen, aber so kann man sich irren. Oh, okay. Press Kit ist dann schon ein größerer Hinweis. Ah, okay, ja dann. Man lernt immer was Neues. Äh, der ist ja nie davor oder danach aufgetaucht, was Kor wohl mit dem vorhatte. Hast du den in der Cutscene gesehen? Abgesehen vom Bestatter hatte niemand mehr was mit dem vor, glaub ich. Ähm, also auch allein von der Logik her, wie alt ja Werner mittlerweile sein muss. Oh, 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 oh. Gleich kommt er aber persönlich in den Chat und schreibt, ich bin immer noch fit wie ein Turnschuh. So etwas lass ich mir nicht bieten. Das einzige, was Kor mit ihm vorhatte, war ein Herzinfarkt. Das verwechselst du, glaub ich, dass es was Kor mit uns vorhatte. Und dann kam Audi. Ähm. So, warte. Das da noch nehmen? Terminator Kampf lief ganz gut. Was soll jetzt noch schief gehen? Die von Kreuschen Schmecks Partys sind legendär. Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Es ist aber nicht. Ich weiß nicht. Kurkumen war. Wir haben jetzt das Wasser rausgelassen. Wenn man in diesem Raum speichert, ist er übrigens broken. Generell, dieses letzte Level wurde nie fertig und ist völlig verbar. Es gibt diverse Stellen, wenn man an diesen Stellen speichert, kann man es nicht mehr abschließen. Das macht das Level ein bisschen gefährlicher. Mittlerweile habe ich Übungen darin. Es sollte uns nicht aufhalten. Aber das ist auch innerhalb der Tomb Raider Serie wirklich das einzige Level, wo das so kaputt ist. Ist das hier nicht fix? Das weiß ich nicht und das möchte ich nicht testen. Aber ich sehe es einfach mal als Teil der Challenge nur dort zu speichern, wo man es auch könnte. Im Großen und Ganzen benutze ich die Main Version ja, um das Ganze angenehmer zu machen, nicht um es leichter zu machen. Kriechgänge schnell zu erklimmen ist zum Beispiel angenehmer, aber nicht unbedingt leichter. Wir werden gleich sehen, ob er diesen Raum gefixt hat, denn da gibt es auch einen Savegame-Bug. Der ist aber nicht so schlimm. das Pathfinding des Cyborgs, das könnte er fixen, theoretisch. Und am Level was groß ändern zu müssen. Das ist eine Stelle, an der kann man speichern. Wir tun das mal, aber vielleicht laden wir es mal. Oh, das ist tatsächlich behoben. Normalerweise, wenn man jetzt lädt, ist dort alles bereits kaputt. Das wäre natürlich echt ein Quality-of-Life-Improvement im Allgemeinen. Immer dieser Gesundheitsriegel. Ich lebe noch. Bewegung bleiben, Mädel. Du hast vergabt so viele Jungs, die mit dir tanzen wollen. Ungewöhn sich dran. Wo geht's denn hier raus? Ich hätte da einen Aufgang für dich, aber du musst mir versprechen. Splüng. 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 Autsch. Es wird in letzter Zeit echt oft Advent, Jenny. Oh ja, und es stimmt natürlich, das, was da steht. Es sind die letzten Minuten des Larathons, wenn alles funktioniert. Hurra, hurra, die Lara brennt. Was schon wieder schade, dass es, äh, schon wieder vorbei ist. Ich auch ein wenig, aber es ist ja nicht der letzte Larathon. Erster Samstag im Februar, äh, 2025. Machen wir das Ganze nochmal. Vielleicht sogar noch schneller. Und ja, das dauert noch ein wenig, ich weiß. Und zumindest die ersten drei Teile werden wir in der Remastered-Version, wenn auch nicht mit diesen Challenges, dann doch zumindest normal durchspielen. Mein Gesundheitsriegel hat langsam ein paar Probleme. Äh, ein Silent Hill-Marathon ist nicht geplant. Ich... I see what you did there. Erstmal dem Strümmer weitere Marathons vor die Füße werfen. Dann planen wir den jetzt. Momentchen mal. Wer ist hier der Strümmer? Du oder ich? Und dann sagst du jetzt ich und dann sag ich, oh fuck, dann zwinge ich mich wieder auf dem falschen Channel. Sorry. Nee, das Secret habe ich bisher nicht lebendig bekommen können. Ich laufe aber auch immer falsch. Erst geradeaus. Erst geradeaus. Das da. Secret. Was ist hier? Was ist hier? Wir müssen Monka speeden, aber wir haben richtig gemonka speedet. Ah. Lord Norfolk steht da wirklich Kingdom Hearts 2 oder steht da 3, denn da soll 3 stehen. Wenn da 2 steht, habe ich mich verschrieben. Da steht 3, okay gut. Ich habe gerade schon einen Puls bekommen. Ah. So. Bringen wir doch den Naraton zu Ende. Ey, ich werde es auch ein bisschen vermissen. Eben hat jemand gefragt, ob Aude nicht dazu gehört. Und das... Ne, das tut es nicht. Das war noch nie so. Ähm. Ich finde Aude ist sein eigenes Kapitel. Das zählt für mich persönlich nicht zu den Classics. Es ist halt ein doch sehr anderer Teil, der ja auch auf einer ganzen Konsolengeneration später kam. Mit einem zeitlichen Abstand. und sich sehr hiervon unterscheidet. Aude sollte eine Trilogie werden. Und steht, weil es halt nicht weiter ging. Ähm. Für sich allein. Und ich verstehe ja den Gedanken, es wäre cool, wenn der Laraton noch länger wäre. Aber ich mag ihn eigentlich wirklich mit dem Fokus, den er hat. Äh. In einer anderen Zeit hätten wir den Angel of Darkness, Lost Dominion und Dream of Resurrection Tron. Das ist halt wirklich schade. Prima Mädchen, das war Spitzenarbeit. Und jetzt schwing deinen knochigen kleinen Hintern da raus. Hey, wir bleiben aber in Verbindung. Abgemacht? Vielleicht wären wir ja noch Brieffreunde oder sowas. Knochiger Hintern? Das will ich überhört haben. Aber wir bleiben in Kontakt. Und jetzt mach Platz, Yankee Fatzke. Ich komme... Nochmal zur Präsentation. Drei von drei Secrets. Damit haben wir nach einer Zeit von... Ähm. Warte. 27 Stunden. 27 Stunden. Diese fünf Teile beendet. 27 Stunden. Im ersten Laraton waren wir nach 26 Stunden am Anfang von TH4. Es hat sich einiges getan. Jai. So Leute, bis 2025. Tschüss. Auf die Freunde, die nicht bei uns sein können. Genau. Möge sie... Du scheiß Noob. Herr vom Kreis! Herr vom Kreis! Schnell! Hier drüben! Das Darkling! Was ist los, Mann? Was haben sie gefunden? Zeigen sie her! Na los, zeigen sie schon! Wir haben sie gefunden! Erst später merkt Werner von Kreis, dass das nur Laras Rucksack ist. Du scheiße Noob! Dankeschön für die Bits, Universal Gaming, Bernie und Carsten und sehr schönes Timing. Ähm. Ja. Das war der Laraton 2024. Normale Credits. Oh stimmt! Das scheint auch behoben zu sein. Cool. Ist auch das erste Mal, dass ich TH5 Maniats gespielt habe. Empfehlenswert auf jeden Fall. 100%ig empfehlenswert. Ähm. Vielleicht hat der ja nur nach dem Rucksack gesucht. Ach so! Ja, wie gesagt. Ähm. Im Jahr 2025. Erster Samstag im Februar. Spielen wir genau dasselbe nochmal. Dann vielleicht sogar schneller. Natürlich nicht das einzige, dass ich auf dem Kanal mit Tomb Raider mache. Äh. Leute, die hier öfter sind, können davon ein Lied singen. Ähm. Es war ein wundervoller Laraton. Yay! Freut mich, dass es gefallen hat. Save the date! Gut. 20 Minuten schneller haben wir Tomb Raider 5 dieses Mal beendet. Bang. Bonusmaterial kann ich gleich gucken, sobald die Credits vorbei sind. Kann ich mal nachschauen, ob das jetzt auch behoben ist. Und wir uns das anschauen können. Ähm. Denn normalerweise dafür, dass man alle Secrets sammelt, bekommt man halt so ein bisschen Bonusmaterial, in das man reinschauen kann. Ähm. Aber üblicherweise ist das verbuggt und das Spiel stürzt einfach nur ab. Als Dank. So, diesen beiden auch nochmal danken für die Tomb Raider 5 Community Edition. Sehr, sehr coole Arbeit. Und da spezielle Features müsste das sein. Storyboard Teil 1. Was? Oh mein Gott! On the bottom of the statue there are characters. On the left it's Winston. On the right, Lara's parents. Hier sehen wir es auch nochmal im Storyboard des Spiels selbst. Das sind Laras Eltern. Äh. On the right side of the screen. The chapel and behind Croft Estate. Ist eigentlich cool das mal bestätigt zu bekommen, weil ich kannte das bisher nur aus dem Wiki und hab's einfach geglaubt. Da steht der Nachname zumindest nicht. Aber der war ja auch offiziell. Father Patrick and mhm 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 in the study room. Da stand bestimmt ursprünglich Jean-Yves. Den Jean-Yves mussten sie als Charakter aus dem Spiel rausnehmen, weil die echte Person, der der nachempfunden war, auch so ein ägyptischer Archäologe, sich da mal gemeldet hat freundlich. Haben den wohl nicht gefragt. Ähm. Ich weiß nicht mehr, wie die echte Person heißt, aber ähm. Es gab früher Alpha-Versionen, wo in den Cutscenes dann auch noch Jean-Yves tatsächlich ist. Und erst später haben sie ihn durch den ersetzt, der Lara, der von Laras U-Boot Mission erzählt. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ähm. Und hier wird's ja auch nicht stehen. Ich glaub, an seiner Stelle hätte ich mich gefreut. Ganz ehrlich, ich wär so geehrt gewesen. Ähm. Larson is sitting now, even as the monkey is the philosopher's stone. Ja, genau. Das ist einfach dann das Intro nochmal. Es gibt noch eine ganze Menge Zusatzmaterial, deshalb schlage ich jetzt hier teilweise ein bisschen schneller um. Aber ich glaube, das hatte ich noch nie auf Video, weil es ja immer kaputt war. Interior U-Boat April 1945. Da spielt also das Intro der U-Boot Episode. Die FMV, die wir gesehen haben, wie das erste U-Boot unterging mit dem Speer des Schicksals. Die Zeichnungen sind richtig cool, ja. Und man lernt sogar ein bisschen was dazu. Ähm. Weiter geht es hier nicht, aber es gab einen Part 2, meine ich. Genau. Storyboard Teil 2. Resumes on the car, bla bla bla. Sehr, sehr cool, das auch mal drin zu haben. Weil das war eigentlich immer kaputt. Ähm. Aber das heißt, auch die U-Boot Episode sollte dann ursprünglich Jean Yves mit dem Scharfschützengewehr da stehen. Ich kann mir das so gar nicht vorstellen für Jean Yves tatsächlich. Ähm. Young Lara, Winstons Wife. Winstons Wife. Da steht Winstons Wife oder was? Äh. Der zensierte Name ist immer ursprünglich Jean Yves. Und der wurde dann ersetzt durch, ich hab seinen Namen vergessen. Aber der, der die U-Boot Episode einleitet. Charles Kane. Genau, Kane war das. Kamera starts turning around the cable. Father Patrick waves his hand goodbye. Zuschauer auf YouTube haben an dieser Stelle den Vorteil, dass man natürlich pausieren kann. Und Zuschauer des Twitch Wots natürlich auch. Äh. Äh. Just in front. Lara's ready for the attack. Sehr, sehr cool. Stand das da echt? Äh. Was stand da echt? Next Generation Concept Art. Das erinnert 100% an diesen, ähm, diesen, dieses Meme. Er da so in groß und sie da in klein. Guck mal, das ist, äh, das sind wir, die kleine Lara. Und das ist Embracer, wie es die Toon Raider Remaster ankündigt. Und da sehen wir auch schon ein paar frühe Screenshots von, 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 von Angel of Darkness natürlich. Ja, Konzepte mehr. Ähm, da war, da gab es noch nicht viel davon. Deutschland Level wahrscheinlich an der Stelle. Das, was hier rausgekürzt wurde. Aber wir wissen mittlerweile offiziell, dass es das gab. Ähm. So richtig aus dem Spiel wiedererkennen kann ich da nicht sehr viel, aber das sind teilweise echt coole Bilder. Wäre das Spiel mehr wie diese Bilder, die ich hier sehe, wäre das sehr, sehr cool. Das ist dann wohl das Schloss aus Deutschland. Waren was, was. Ja gut. Äh. Rittersberg, genau. Ah, hier ist ohne Beleuchtung hier mit tatsächlich. Das sieht ja schon sehr cool aus. AOD in Deutschland. Es gibt einen kleinen Abschnitt, äh, geplant gewesen, der in Deutschland spielte und ein kleiner Abschnitt in der Türkei. Das Gewächshaus zum Beispiel, das sie hier unter das Strahauf gesetzt haben, als sie am Ende alles irgendwie zusammengeworfen haben. Das sollte ursprünglich in der Türkei sein. Und, ähm, der eine Raum, wo man direkt, nachdem man nach Prag kommt, den ersten Stich der Finsternis besorgt. Dieser Raum mit dem Kerzenständer, das wäre in dem Schloss in Deutschland gewesen. Stimmt, wer zur Hölle ist, der unten rechts. Also, das bin ich. Äh, aber da, weißt du mal, hinter dem Chat. Crazy. Da sieht man, sieht man sogar schon, äh, ihr Modell. Ein paar der Charaktere, die man wieder erkennen kann. Müllers Design haben sie ja völlig verändert, wenn das rechts Müller sein soll. Links vielleicht Bouchard? Weiß es nicht. Ähm, rechts von ihm auf jeden Fall Ren. Und da natürlich Boas, äh. Laddick? 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 Laddick rechts? Nee. Glaube, glaube niemand davon ist Laddick. Ja, den Bereich kenne ich jetzt aus dem Spiel auch nicht. Selbst mit Beleuchtung. Nicht wieder zu erkennen, was das dann wäre. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Das ist auch aus Deutschland. Ach so, alles was wir hier an Concept Art haben. Oder auch Screenshots hat es nicht ins Spiel geschafft. Wunderschön. Hier auch ein Outfit, das es offenkundig nicht ins Spiel geschafft hat. Hm. Das tatsächlich schon, meine ich. Sind wir durch. Sind wir durch. Wir sind durch mit allen Tomb Raider Teilen, ja. Wir gucken uns gerade die, das Zusatzmaterial an. Das hier ist jetzt einfach Galerie. Äh, wir gucken uns gerade noch das Zusatzmaterial an, das man frei spielt in Tomb Raider 5, wenn man dort alle Secrets hat. Die haben wir ja alle gesammelt. Und das ist glaube ich Laras Schlafraum in der Irland-Cutscene. Ja. Das ist das Croft Manor. Auch cool, diese Bilder mal in etwas höher aufgelöster zu sehen. Das ist ein unbequem aussehender Sessel. Ähm. Das ist Gemüse auf dem Tisch. Krass. Gemüse auf dem Tisch drauf. Ja, Jenny. Das bin ich, wie ich diesen Stream gerade aufzeichne. Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Jetzt habe ich Angst. Aber sie werden wohl mit keinem der Bilder zu weit gegangen sein. Das Spiel war ab 12. Oh, das habe ich tatsächlich auf mehreren Thumbnails benutzt, glaube ich. Brofist. Äh. Lara in der Oper. Muss ich denn jetzt in den Ordner gucken? Was? Nein, das musst du nicht. Wir sind durch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Laraton. Und. Ich freue mich auf das nächste Mal. Also zunächst einmal natürlich auf den nächsten Stream, der morgen schon ist. Und auf den nächsten Laraton, der im nächsten Jahr ist. Video. Da ist nichts mit einem Video. Ähm. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Oder einen guten Abend. Und bedanke mich fürs dabei sein. Tschüssi. Mal sehen uns hier. Wenn wir mal sehen. EIN. Alles Gute.